Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardcast, dem Podcast-Format auf allen bekannten Plattformen und hauptsächlich natürlich auch auf deinem YouTube-Channel. Das ist aber auch ein wirklich sehr guter Running-Gag. Ja, hi, Folge 2, Season 2, Folge 2. Stimmt, du hast recht. Season 2, Folge 2. Season 2, Folge 2. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Und hat sich denn, also wir machen ja am Anfang immer so ein bisschen Smalltalk, ne? Ja. Fühlt sich deine Katze da so wohl? Braucht die manchmal so ein bisschen Aufmerksamkeit und Nähe? Ne, die liegt, wenn ich hier sitze, oft und viel da oben auf der Schulter, ja. Sieht kuschelig aus. Die ist da, die macht das gerne, ja. Ist ein bisschen kamerageil, so. Bringt auch viel Zaps, also falls du irgendwann mal drüber nachdenkst oder so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ist schon gut. Schon gut. Ich kann das bestätigen, ne? Also die Katzen in meiner, bei meiner letzten, in meiner letzten Beziehung, die waren auch sehr beliebt bei den Zuschauern, ja. Ja, Katzen sind einfach der, der König. Katzen, also Tiere generell sind, glaube ich, Könige für StreamerInnen. Mein Chat fragt, ob du die, ob du das Tier mal vorstellen kannst. Äh, ja, kann ich. Das hier da oben auf der, äh, auf dem Sitz ist Mozart. Britisch kurzer, fünf Jahre alt mittlerweile, kleiner Scheißer, richtig kuschelig, ist ein, äh, ist ein zurückgegebenes Kätzchen, also war mal bei jemandem und ist dann bei mir eingezogen, quasi. Ähm, das, äh, ist Mozart, ja. Sehr verspielt, sehr verschmußt, kamerageil, äh, möchte immer mit dabei sein. Ähm, man kennt es. Man kennt es, ja. Ja. Und dein Kätzchen? Ähm, ich hab zurzeit gar keine Katze. Also wir haben, ich hab, äh, bei meiner Freundin natürlich, äh, also was heißt natürlich, meine Freundin hat, äh, hat zwei Katzen. Ähm, eine ist hier zugelaufen, das ist so der, 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 der Teufelsdämon, der, äh, die Welten zerstört, quasi, ne? Ähm, sehr niedlich, wird aber auch mittlerweile ganz relativ groß, ist fast ein Jahr alt mittlerweile, fällt mir auf. Okay. Fast. Und eine Katze, die, ich weiß, hab, ich hab's nicht mehr ganz im Auge, im Blick, ich glaub so 18 Jahre mittlerweile alt ist, also, sie ist noch sehr fotogen, ist auch, äh, ne, hat guten Tag und dreht voll frei und dann am nächsten Tag nur am rumliegen und pennen, ne, man kennt das ja. Ja. Das stimmt schon. Soll ich dir hier? Ich mach, äh. Ja, genau, das ist, weißt du, das ist eine Katze, die kann, die kann, äh, die kann, äh, Bäume hochklettern und Wände und das ganze Ding, aber, ach nee. Also, ach, weißt du was, Humen, du alter Dosenöffner, jetzt, 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 helf mir doch mal hier, ne? Du darfst mir, du darfst jetzt eine Treppe für mich sein. Ja, bau mir doch die Treppe. Please. Was ist denn bei dir so, äh, passiert die letzte, letzte Woche? Hat sich, äh, was getan, hardware-technisch? Also, hardware-technisch hab ich, äh, hatte ich, hatte ich, hatten wir letztes, letztes Mal ja so einen leichten Ausfall oder anders gesagt, mein, 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 der Stream über Obel ist Ninja zu dir von mir hat, musstest du ja immer wieder refreshen. Und, wenn sowas einmal auftritt und ich den PC neu starte und dann fällt es nochmal auf, so, dann kümmere ich mich da drüber, wenn das einmal auftritt und beim nächsten Tag, ne, ich hab das nochmal, ähm, OBS Ninja nochmal nebenbei laufen lassen und nochmal geguckt, ob ich den Fehler nochmal reproduzieren kann und das, ich hab's nicht geschafft. Es ging nicht, also, geh ich davon aus, dass der Fehler heute nicht auftritt. Das war ja nicht OBS Ninja, sondern dieses andere da. Ja, Watt Ninja, OBS Ninja ist eh das Gleiche, ne, aber, ähm, also, die haben ja, die sind ja früher nur OBS Ninja und jetzt heißen sie, ähm, und jetzt haben sie quasi sich umbenannt in, äh, ist egal, ist egal, jedenfalls, jedenfalls, ich glaube, man merkt, dass die, ähm, dass da irgendwas im Hintergrund sich geändert hat. Ist aber auch Wurst jetzt, egal. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich hab da nichts gefunden. Ja. Hatte, äh, hatte dann noch so ein bisschen im, 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 im Verdacht, dass die Elgato Facecam, die ja ein unkomprimiertes Signal, ähm, also auf den, auf den, auf den Verpackungen auch schreibt, dies, das, ähm, wenn man schon mal mit Elgato Support zu tun hatte, dann hört man dabei auch raus, dass die schon relativ viel, äh, Bandbreite vom USB-Boost halt irgendwie, äh, abverlangt und dass, wenn man viele Bandbreiten, hungrige, ähm, Kameras angestellt hat, dass, dass, dass die sich vielleicht mal so ein bisschen beißen können. Habe ich in dem PC aber nicht, ne, also das könnte es nicht, könnte, das könnte jetzt kein Fehler sein, aber die habe ich jetzt mal prophylaktisch mal abgemacht, weil ich noch ein anderes Problem mit dem Computer hatte. Und, ähm, daran lag's aber nicht, ne, ich hab zum Beispiel mit der, mit, äh, mit der Matchwell Capture Card, mit dieser M.2-Karte, hab ich das Problem, dass manchmal, manchmal läuft's tagelang durch und manchmal hab ich das, hab ich so ein Tearing im Bild, aber so richtig fies. Und, und auch so ein De-Sync, ja, und wenn ich dann die Karte einfach nur deaktiviere und wieder aktiviere, also sozusagen neu starte, dann, dann ist das auch für den Rest des Tages wettig. Und heute hab ich mich nicht drum gekümmert, es ist nicht aufgetreten, gestern auch nicht und davor die Tage fast täglich. So, lag das jetzt an einem Windows-Update? Keine Ahnung. Liegt's an der Hardware? Keine Ahnung, ja, also da bin ich gerade noch so an der, in Anführungszeichen, Fehlanalyse, aber wenn das Problem nur sporadisch auftritt und es gibt keine neueren Treiber, weder, weder für das Mainboard noch für den, äh, für die Karte, dann kann's halt auch echt nicht wirklich viel machen, wenn das Gerät ansonsten einfach nur läuft. Ja, das, äh, klingt nach einem witzigen Problem. Das sind meine liebsten Probleme. Die, wo man den Fehler nicht finden kann. So, und dann, da bist du nicht ganz unschuldig, hab ich am Wochenende von dem Herrn Kravitz meine ausgeliehene Grafikkarte zurückgeholt. Ähm, der hatte einen Ausfall mit seiner Grafikkarte und ich hab ihm noch eine, das klingt immer so ein bisschen wie ein Flex, aber ich mein das gar nicht so. Hier gibt's kein Flex. Hier, 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 hier in diesem Rahmen, Alex, gibt's kein Flexen. Hau raus. Ich hab ihm eine 2080 Ti noch geliehen, die ich noch hier als Ersatzkarte, ähm, behalten habe. Und das hätte sich sicherlich gelohnt, die zu verkaufen, weil die war, zu Hochzeiten waren Leute sicherlich bereit, so um die 1200 Euro dafür zu bezahlen. Äh, aber, ne, juckt, scheiß drauf. Jedenfalls, äh, die hab ich heute wieder eingebaut in meinem, in meinem ältesten PC, in Anführungszeichen. Da ist jetzt ein, ähm, komplettes Gear drin, also sprich, da ist ein Ryzen 7 2700X drin, ähm, die 2080 Ti und das wird jetzt so der Test-PC, ne, der steht hier vorne nebenan. Den kannst du jetzt gerade so gerade eben nicht sehen. Äh, ein kompletter Schreibtisch, das wird so ein bisschen, so eine Mischung aus Test-PC und ein bisschen Showroom. Also alles, was man dann so in seinem eigenen Setup nicht benutzt, äh, stecke ich da mal an, dass man das mal damit ein bisschen rum experimentieren kann, ne. Und da kann man dann auch mal das ein oder andere zeigen oder mal ausprobieren, was man vielleicht auf dem Haupt-PC noch nicht so machen möchte, ähm, ja, solche Sachen. Das ist so die Idee. Und dann hab ich halt einen zweiten Platz zum dran zocken, wenn Besuch da ist, was wir beide wissen, was selten passiert, ne, oder was gar nicht, aber die Möglichkeit würde halt bestehen, ne. Ja, wie ich mir das auch schon dreimal vorgenommen hab und mittlerweile skippe ich das. Ich hab mir meinen eigenen zweiten Platz da hingestellt. Ja, das war auch so der Gedanke, ne. Da ist ein 24-Zoll-Monitor mit einem 240-Hertz-Display dran. Es gibt ja keinen Flex hier und, ähm, da möchte ich halt mal ausprobieren, ein bisschen mit NDI rumzuspielen, ne. Was kann mein Setup wirklich mit NDI übertragen? Und zwar mit einem PC, wo nichts anderes drin ist und, äh, wo nicht viel zu viel angeschlossen ist. Einfach mal testweise. Und dann auch nicht NDI über OBS, sondern NDI, äh, direkt mit dem SDK, was man von der Webseite runterladen kann, ne. Da soll's ja auch ein größeres neues Update gegeben haben, bla bla bla. Ne, einfach mal die Finger reinstecken, ein paar Sachen ausprobieren und dann das komplette Signal, so ähnlich wie du das machst bei deinem, äh, Racing-Rig, äh, dann halt quasi über NDI in den Stream-PC schicken und dann einfach mal gucken, was haben wir da für einen Qualitätsunterschied, wenn ich das gleiche Spiel auf dem PC spiele oder halt eben auf dem und, dass man wieder ein bisschen, bisschen mehr Know-How in dem Bereich aufbaut. Hätte ich Bock zu. Schön. Ja. Ja. Toll, dass du eine Testbench jetzt da hast. Finde ich gut. Das ist nice. Kannst du halt Windows 11 installieren und mal ausprobieren. Ja, das, das, das war auch ein Gedanke, weil die Kiste ist völlig egal, da kann man auch mal Windows 11 installieren. Und das war heute auch wieder so kurz, kurz Thema, das war, war keine böse Frage, aber das war halt wieder so dieses, so, hey, was hältst du eigentlich von Windows 11? So Klassiker, ne. Und ja, wir haben schon drüber geredet, brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Das wäre jetzt halt so ein Ding, wo man das einfach mal drauf klatschen kann. Ich habe auch schon wieder gelesen, es gibt schon wieder Tools und Möglichkeiten, dass man mit einem, mit der, mit der richtigen Software, die das Boot-Medium erstellt, also nicht mit dem Software-Media-Creation-Tool von Windows selber, sondern mit einem anderen, dass man damit die Hardware-Abfragen oder Vorgaben aushebeln kann und damit kannst du es quasi auf, in Anführungszeichen, jedem PC installieren. Und der Windows-eigene Loader würde dann halt sagen, so, ah, du unterstützt, diese Hardware unterstützen wir nicht, ne. Also wenn es um ältere CPUs und sowas geht. Ach so. Ja, das ist halt, das Internet ist schnell und pfiffige, pfiffige, pfiffige Kusses sind noch viel schneller. Also, es gibt da draußen echt Menschen, die sind wirklich, uh. Also, ich käme auch, ich käme auch gar nicht auf die Idee, wenn zum Beispiel eine neue Konsole rauskommt oder irgendeine Software oder sowas, ja. Ich käme gar nicht, ich wüsste gar nicht, wo ich ansetzen müsste, dass ich so eine Art Kopierschutz umgehe. Ja, also wenn es darum geht, dass man, dass man irgendwas knacken möchte oder dass man Homebrew-Software damals auf dem, auf der Wii oder sowas laufen lassen möchte. Nein, da gibt es ja eine riesige Community, die dann, die dann quasi selbst entwickelte Sachen dann halt irgendwie auf den Kisten halt laufen lassen möchte. Aber das geht halt standardmäßig nicht, weil der Entwickler in dem Fall dann halt Nintendo da logischerweise eine Schranke vorgesetzt hat und gesagt hat, nee, das ist ein geschlossenes System, ihr dürft da nicht drauf. Und dann kommen die, dann kommen die richtigen Menschen oder diese Menschen her und sagen, doch, das geht. Easy peasy sogar. Ja, das finde ich auch, also, das ist mir die, die, die letzten Jahre ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen, dass die Leute, also, der, der, der Kopierschutz hat sich über die Jahre immer, immer krasser entwickelt. Also Steam, ne, zum Beispiel. Als Steam kam, waren alle so, oh shit, was machen wir denn jetzt? Es hat halt einfach legit keine zwei Wochen gedauert und du konntest halt einfach deinen Counter-Strike, in Anführungsstrichen, gecrackt halt damals schon zocken. Es war einfach, der fuck? Weißt du, Monkey Island? Da gab es doch diese Platte zum Drehen. Ja, genau, da musstest du einfach drei Fotokopien machen, ausschneiden, übereinanderlegen und dann konntest du diese Dinger so, diese Gesichter so übereinanderziehen, ne? Also, das ist ja bei, bei DICE Software, also, das ist ja bei der, bei der Hackintosh Community, ist ja genau dasselbe. Die hebeln da ja auch alles, hebeln die aus. Ist ja, wenn du jetzt, weiß nicht, bei Linux ist das ja ähnlich so, die, das ist Wahnsinn. Oder Telefone, was sie mit Telefon mittlerweile anstellen, ist einfach... Ein Beispiel, bei Telefon bin ich komplett raus. Naja, du hast da halt irgendwelche Telefone, wo irgendwie Windows Phone drauf ist und die ballern da halt einfach Android drauf. Oder, ja, es gibt Menschen, die installieren sich auf dem scheiß iPhone Android. Und, also, weil die halt Langeweile haben. Weil's geht. Oder, du weißt nicht, auf dem scheiß Kühlschrank, wo Android drauf ist, bauen die denn da irgendwie iOS drauf und so ein Käse. Und du denkst dir dann immer so, was, was, was los bei euch? Ich hab damals mal mir extra das iPad 2 gekauft und ich wollte da das XBMC drauflaufen lassen. Ich wollte über mein, über das, das Tablet wollte ich dann, wollte ich Filme gucken, Serien gucken und so weiter, ne? Und zwar nicht mit irgendwelchen Plugins, sondern lokal von einem, von einem, aus einem lokalen Netzwerk. Ganz, ganz easy. So, und dann kam, dann kam das iPad ganz frisch raus und ein Kollege von mir, der so mit Apple mehr zu tun hatte oder richtig tief drinsteckte, der so, ja, ja, pass auf, da gibt's dann, also, wenn du das installieren willst, dann brauchst du halt eben ne gekrackte Version. Ähm, wie nannte ich das denn? Jailbreak, ne? Jailbreak. Da brauchst du ein, da brauchst du ein Jailbreak, aber er würde davon abraten, weil es kommt eh immer regelmäßig ein neues Update raus und dann musst du jedes Mal wieder den Jailbreak neu haben, so, ne? Ich so, ja, kein Problem, ach, easy, kein Thema und dann hab ich mir das neue, ähm, das iPad 2 damals gekauft, kurz nachdem es draußen war und, äh, fand das auch ziemlich cool, so, ne, das war damals halt im Vergleich zu den Android-Tablets war das schon deutlich weit vorne, also, ne, sehr weit fortgeschritten. Ja, und dann gab's gefühlt erst mal zwei Monate keinen Jailbreak und ich konnte, ich konnte genau das, was ich damit machen wollte, nicht machen und, und Apple hatte, glaub ich, also iTunes und Musik, ja, aber Filme und Serien, nein, gab's noch nicht. Und dann hab ich zwei Monate gewartet, dann kam der Jailbreak, dann hatte ich damit ungefähr vier, fünf Wochen Spaß, bis das nächste Update kam, dann konnte ich das Update installieren, dann kam wieder irgendwann der Jailbreak und dann nimmst du es hin und her und nach, ich glaub, vier Monaten hatte ich keinen Bock mehr, hab ich das Teil wieder verkauft. Ja, hatte ich keinen Bock mehr, aber auch hauptsächlich, weil, weil, weil ich auch dann irgendwie gemerkt hab, du willst gar nicht auf dem Tablet die ganze Zeit immer nur irgendwelche Serien gucken, das, das machst du halt auf deinem, das machst du halt auf dem Fernseher, ja, ganz blöd. Dadurch bin ich aber auch immer hinterher gelaufen. Ich hab, weil ich, also, ich guck viel auf dem Tablet heute noch, also, ich guck wirklich noch super viel. Ich sag nicht, dass ich das nie mache, aber der Großteil wird halt vor dem Fernseher geschaut, ich weiß, bei dir ist das ein bisschen anders, du verbringst so gut wie keine Zeit vorhin, in deinem Wohnzimmer vom Fernseher, du hattest ja schon erzählt, ich, ja, so ein richtiges Wohnzimmer hab ich jetzt auch nicht mehr, das entwickelt sich jetzt gerade mehr so zu meinem zweiten Büro. Das hab ich hier, das hab ich also hier eingezogen, weil ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Und bis jetzt halt ich mit, dann hab ich lieber noch so ein halbgares Wohnzimmer, aber da geh ich nicht rein. Nee, da gibt's noch genug andere Sachen, die da rein könnten. Glaub ich dir. Billardtisch zum Beispiel, das will ich fühlen. Oh, das will ich, das will ich richtig fühlen. Aber einen Billardtisch find ich cool, aber ich würde wahrscheinlich nicht so viel damit spielen, dass ich mir, dass ich den Platz dafür erübrigen möchte, weißt du, der nimmt ja echt ne Menge Platz weg. Ich mag ja echt, liebe Billard. Ich hab früher so viel Billard gespielt. Also, falls ich irgendwann mal ein Haus haben sollte, gibt's ein Billardzimmer. Hundertprozentig. Also, oder einen Tisch. Also nicht ein Zimmer, aber einen Tisch. Hundertpro. Hundertprozentig. Volle Größe, Billardtisch. Ohne Knete, ohne Geld, so zum Spielen. Meine allererste Chefin in so einer kleinen Werbefirma, eine ganz glanzkleine Klitsche, die ist irgendwann mal in so eine alte, ja, so eine Stadtvilla eingezogen, aber nichts Besonderes. Super Altbau, super runtergekommen, ganz günstig etc. Und dann wollte sie unbedingt einen Billardtisch mitnehmen und dann, wie das so ist, als Werbetechniker kennst du halt echt tausend verschiedene Leute und das Drecksding passte nicht durch die Tür, es passte nirgendwo rein. Und dann haben die das mit einem kleinen Autokran sozusagen über die Terrasse draußen irgendwie da reinbekommen und als sie ausgezogen ist, haben sie es drin gelassen, weil keiner mehr Bock hatte, das Scheißteil, was ja auch noch ratten schwer war, da irgendwie wieder runterzuziehen. Oh, nicht schlecht. Aber die, die wir heute, heutzutage kommen die in Einzelteile. Ja, klar. Also, die wissen, die Leute wissen ja schon, dass, wenn solche Sachen früher nicht so durchgepasst haben, haben sie ja angepasst. Also von daher, ich glaube, ich glaube, das wäre heute nicht mehr so das große Problem. Was ist eigentlich bei dir lichttechnisch da hinten jetzt gerade los? Es sieht wirklich sehr trist aus. Ja, ich weiß, ich bin gerade in der Übergangsphase. Also, ich wollte erst den Tisch hier vorne fertig haben, den PC aufbauen. Das habe ich heute mal eben so nebenbei gemacht. Das muss jetzt noch einmal ein bisschen optisch schön gemacht werden. Und dann kommen entweder die Strahler, die jetzt noch unter der Decke sind. Die könnte ich anmachen, aber die würden halt nur den, also quasi nur den Teil des Raums fluten mit dem farbigen Licht. Und entweder müssen die jetzt nochmal anders angeordnet werden, dass die jetzt hinter mir was anleuchten, plus die Gardinenleiste. Aber da bin ich noch nicht zugekommen. Also, ich habe das noch nicht, also das mache ich jetzt nicht unbedingt im Stream. Vielleicht schon, vielleicht nein. Aber ich brauche noch einen neuen Vorhang, weil die alten, die ich hatte, die waren kaputt. Die waren wirklich hinüber. Und was die Beleuchtung angeht, die muss anders ausgerichtet werden. Und ich denke mal, das werde ich anders machen. Ich denke, ich werde mir so ein T-Stück besorgen, das ich dann an einer Stelle anschraube. Und dann kann man das nämlich jederzeit anders ausrichten. Wie so eine kleine Traverse. Ah, ja, okay. Verstehe. Gibt es bestimmt was bei Amazon günstig oder bei einem anderen Shop. Kannst du auch selber bauen. Ja, oder selber bauen, klar. Je nachdem. Das ist ja nicht jetzt irgendwie was Großes. Nee. Ist ja nur Gewinde dran und dann brauche ich und schraube eine Wand. Sowas in der Richtung habe ich vorher. Ja, aber momentan, ich habe mega Bock jetzt auf den. Ich habe die letzten zwei Tage immer mal so nebenbei, wenn ich gezockt habe. Und du hast diese Lobby-Zeiten, dass du warten musst. Und ich bin halt immer rübergegangen und habe angefangen, die Kabel auszusortieren. Die ganzen Scheiß. Auf dem Tisch lag alles. Da habe ich alles draufgepackt. So einen Haufen mit Tastaturen. Was dann über die Jahre halt eher so bei mir angekommen ist. Das machst du im Stream? Ja, das haben wir. Es gab da nichts zu erzählen. Und dann bin ich kurz aufgestanden, habe da mal eben kurz drei Kabel an der Seite gemacht. Blablabla. Und dann hörst du ja, wenn die Runde losgeht, dann bist du wieder da. Kannst du eben kurz zeigen, was du gefunden hast. Dann bringst du es eben weg. Wie sich das verändert hat von früher zu heute. Früher hat man sich in die Hose gekackt, wenn man fünf Sekunden auf Toilette war. Ja, du auch. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, das Schwierige war dann, du bist auf Toilette gegangen und hast vorher auf deine Zuschauerzahlen geguckt und hast die Zahl gesehen. Und dann kommst du auf die Toilette wieder und dann waren es irgendwie so ein paar weniger. Und dann sofort so, oh scheiße, ja, fuck, ja, nächstes Mal muss ich das anders machen. Irgendwie vorher auf Toilette gehen. Ja, so ungefähr, ja. Oder auch mit Essen machen, genau das Gleiche. Ja. Ich bin mal eben kurz acht Minuten in der Küche, ich habe es gemessen. Es sind genau acht Minuten, ich bin sofort wieder da, ne? Ja. Lässt du noch Clips laufen, lässt du dies laufen, lässt du das laufen? Direkt 20 Prozent Zuschauer weg. Ja, heute ist einem das scheißegal. Ich habe früher wirklich, ich habe früher zehn Stunden durchgestreamt, ohne aufs Klo zu gehen, ohne aufzustehen. Das mache ich heute auch nicht mehr. Das halt, also, total banade, wenn man sich das so überlegt. Absolut. Ne, heute würde ich das auch nicht mehr machen. Aber ich muss mir neue Pausenunterhaltung einfallen. Also meine ist nicht mehr so, also, ich brauche neue Sachen. Da muss ich, also da ist es mir heute auch schon mal aufgefallen, dass, da muss man mal wieder ein bisschen frische Luft reinbringen. Lässt du in deinen Pausen jetzt immer noch die, auf der einen Seite, diese selbstgedrehten Werbespots und dann noch so diese Highlights laufen? Ja. Hm. Ja gut, da musst du halt immer mal wieder was Neues reinbringen, damit sich das nicht so totläuft, ne? Ja, eben. Weil wenn du jetzt drei oder viermal Pause machst am Tag, dann ist ja irgendwann so, okay, Nils, das haben wir ja, ja, ist okay, das haben wir jetzt schon, okay, das kennen wir auch, das können wir schon mitsprechen. Ja. Ah, das ist, äh, schwierig. Ich mach das, wenn ich in die Küche gehe, nehm ich, äh, nehm ich hier die Epoch-Cam mit, also das Handy mit und, äh, zeig eben kurz, was man da macht, da kann man eben ein bisschen was dazu erzählen. Das ist dann so dieses Mitnehmen. Ja. Und macht jetzt auch nicht jeder, würde ich jetzt auch nicht jedes Mal machen, also wenn ich kurz was in die Mikrowelle schiebe, so, dann nehm ich den Chat jetzt auch nicht mit, ja. Ähm, aber wenn es dann mal darum geht, irgendwie, keine Ahnung, so ein Froster-Essen warm zu machen oder so, ne, oder kurz was in den Airfryer zu schmeißen, was gerade noch neu ist, klar kommt, nimmt man das mal eben kurz mit Huckepack, ne. Ich mein, im Vergleich zu früher geht's halt, ist es auch total einfach geworden. Ja. Ja. Das stimmt. Die technischen Möglichkeiten sind, äh, top, ja. Bei mir ist Küche auch nur anmachen und dann kannst du loslegen. Das geht, äh, relativ zügiger. Äh, aber ich mach selten Essen im Stream, also mittendrin, wirklich super selten. Gestern hab ich's mal ausnahmsweise gemacht, weil ich gestern sehr lange gestreamt habe, äh, weil sonst mach ich das auch nicht mehr im Stream, also, äh. Ja, ich mach das so oder so, also, also mal mit, mal ohne, mal hab ich, mal vergesse ich was zu essen, das passiert mir regelmäßig, so, dann ist es auf einmal 17 Uhr irgendwas und du denkst dir so, ah, wieder nicht Mittag gegessen, ja gut. Passiert halt, ne. Ich lasse mal Frühstück und dann, also, ähm, 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 dann reicht das und dann hast du, irgendwann fällt dir nachts um dreiviertel zwölf kurz vor ins Bett gehen. Warte mal, irgendwas hast du vergessen heute? Oh, shit, ich hab ja gar nicht gegessen. Oh, ja gut, ich geh jetzt schlafen. Tschüss. Also, hatte ich auch schon sehr häufig mittlerweile. Mein Chat merkt relativ schnell, wenn ich lange nichts gegessen habe, dann bin ich irgendwie relativ gereizt, sag ich jetzt mal, ganz vorsichtig und dann kommen halt die üblichen Kommentare wie, äh, ist ein Snickers, äh, mach dies, mach das, so halt, ne. Die üblichen, ja, okay, verstehe ich. Okay. Wo ich grad bei Elgato war, äh, mit der, mit der, mit der Epoch-Cam, die Epoch-Cam hat jetzt mehr von diesen Snapchat-Filtern mit drin. Du kannst jetzt, kannst jetzt so Hasenohren und so einen Scheiß mit haben. Die Auswahl ist noch nicht so groß, aber wenn die Reise weiter in die Richtung geht, wär das für den einen oder anderen auch witzig, aber du kannst es halt nicht von außen triggern, ne, also, das wär halt noch so Premium, wenn man, wenn man das über den Twitch-Chat noch irgendwie steuern könnte, ne. Hm. Ah, dass die den Filter aussuchen können, meinst du? Genau. Ja, gut, ja. Alles andere, also, für alles andere würde mir eine Lösung einfallen, aber dafür nicht. Hm. Ich hab heute übrigens, ja, mach du. Das, wo wir schon mal drüber geredet haben, dass es von der, für die Wave-Software jetzt ein, eine Version gibt, dass man da VST-Plugins mit benutzen kann. Da gibt's schon die ersten Videos zu von, von Leuten wie hier Defrag und ähnliche, die sich mit so OBS-Tutorials beschäftigen. Ähm, das scheint es wohl eine offene Beta für zu geben. Das heißt, jeder kann das schon mal, äh, installieren und auch unter, äh, ausprobieren. Ähm, das hab ich noch nicht, Upgrade hab ich noch nicht gemacht, aber das steht bei mir, ähm, die nächsten Tage auch noch an. Weil dann, dann läuft quasi ab der Wave-Software alles über, äh, mit VST-Plugins. Das heißt, also OBS braucht selber keine Verbesserung, äh, über Plugins mehr haben. Finde ich cool. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Eine komplett reine Audio-Chain über, über Software. Ich weiß, ist nicht so dein Ding, aber für den Großteil der Streamer ist das supergeil, weil man dann dadurch die Audio-Qualität, wenn man es richtig einstellt, deutlich verbessern kann. Ja. Dann machst du direkt einen Limiter rein, machst du direkt einen EQ rein, machst du direkt, keine Ahnung was, ne, einen DSer und so weiter. Und, ähm, die, die Plugins gibt's ja, also VST-Plugins gibt's ja schon seit Anbeginn der, der Internetzeit, also, äh, muss man da gar nicht lange suchen. Äh, übrigens, äh, Stusen schreibt gerade bei mir, dass die Filter, äh, bei Bose, äh, also bei einem bekannten Streamer, äh, mit Kanalpunkten steuerbar sind. Ja, die, das geht mit einer Software, die nennt sich, ähm, äh, Snap Camera. Das kommt auch, das ist eine Windows-Software. Ja, ja, ich weiß. Ja, das ist eine Software von, von halt Snapchat für Windows. Und, ähm, da gibt's mehrere Leute, die das machen. Ja, Mayo macht das ja genauso, ne, da hat er dann, hat er so einen Filter mit so einem, mit so einem Babyface sozusagen. Und dann sitzt da halt so ein, so ein sehr junger Mensch, der dann, der Tag auf zockt. Ja, das ist schon sehr witzig. Das gibt's auch. Aber der Nachteil von Snap Camera ist halt der, dass deine Kamera nicht mit, äh, 1080p60 durchgeschliffen wird, sondern nur mit, äh, 1080p30. Ja. Und das ist dann bei vielen Streamern so ein Ding so, ah, warum hab ich nur 60fps-Kamera, wenn ich das dann sowieso nicht nutzen kann, so, oder? Naja, weißt du, die meisten Leute stellen ja nicht mehr ihre Verschlusszeit richtig ein, damit sie überhaupt 60 Frames haben. Also, von daher ist das ja egal. Ja, ich hatte diesen Fehler. Ja? Ja, nicht nur die Verschlusszeit. Ähm, ich hab, ich hab, ich hab auch grundsätzlich eine Kleinigkeit auf der Kamera falsch gemacht. Und wenn du mich jetzt fragst, was genau ich falsch gemacht hab, würde ich sagen, ich muss noch mal gucken. Ich weiß nicht. Äh, raffreiner, Boris unterstrich official. Und könnt ihr auch in den Chat reinballern, den Link, das ist okay. Äh, oh, das haben so viele Leute schon falsch gemacht. Äh, wenn ich, also, ich hab schon so viele Sony-Kameras gesehen, wo ich mir hätte die Haare rausreißen können. Also, ei, ei, ei. Also, ach so, vielleicht sollten wir das kurz, weil Menschen ja eventuell zuhören. Äh, also, äh, bei, äh, bei Kameras ist es so, dass man, äh, wenn man ein bewegtes Bild hat, die Verschlusszeit immer den Bildern anpassen muss. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel 25 FPS aufnehmen wollt, braucht ihr eine Verschlusszeit von 1,50. Wenn ihr jetzt 50, also 50 ist bei Sony, äh, 50P ist bei Sony das, äh, gängigste, dann stellt ihr die Kamera auf ein Hundertstel. Wenn es zu dunkel oder zu hell ist, müsst ihr mit dem ISO dann arbeiten oder mit der Blende. Und nicht höher und nicht niedriger, weil sonst kriegst du Probleme mit LEDs im Hintergrund. So, also, bei Philips Hue zum Beispiel, das sag ich gleich mal mit dazu, weil das ist auch ein Problem, was sehr, sehr oft, äh, da, äh, entsteht. Ähm, wenn du quasi, wenn du Flackern drinne heißt, dann entspricht das nicht der, äh, der Bildwiederholungsfrequenz. Also, das ist nur, wie ich mir das erkläre, das sind nicht die richtigen Begriffe. Das heißt also, wenn, äh, wenn das hier ein Fünfzigstel ist und, äh, nee, ein Hundertstel ist und die Flackern können die, haben die wahrscheinlich eine andere Frequenz. Wenn ihr dann, da könnt ihr, also, da kannst du dann dran rumdrehen und kannst du gucken, aber dann würde ich die austauschen. Weil, äh, du wirst auf kurz oder lang, wirst du mit den, äh, Verschlusszeiten ein sehr, äh, ekelhaftes Bild erzeugen. Also, wenn du zu niedrig oder zu hoch bist. Ich könnte euch das jetzt vor, warte mal, kann ich das vormachen? Wartet mal kurz. Ich bin gespannt. Theoretisch kann ich das, warte mal. Wir müssen eigentlich irgendwann anfangen. So, flackern. Äh. Wo ist denn hier die Taste? Moment. Hier. Also, jetzt wird das Bild heller, jetzt sollte es flackern eigentlich. Flackern? Nicht wirklich. Prima. Deswegen kauft man sich Philips Hue. 1980 Webcam. Gameboy gab es auch schon eine Webcam, ne? So haben wir uns früher unterhalten. Im Internet. Das war richtig geiles Skype. Warte kurz. Ob andersrum geht's. Ne, tatsächlich. Ich glaube, die Leisten nehmen das weg. Das ist ja geil. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Es gibt so eine Diffuserleisten. Ähm, ich hab so eine Diffuserleisten dran. Die decken halt die, äh, die decken halt die LEDs ab. Und die killen das scheinbar. Oh, das wusste ich ja auch noch nicht. Weil eigentlich, also normalerweise würde der bei zu niedrig und zu hoch, würden die flaggern. Also, weiß ich, hundertprozentig. Nice. Also, ich hatte mal mir vor ein paar Jahren solche, solche smarten, ähm, äh, Glühbirnen in Anführungszeichen, also smarte Leuchtmittel in Glühbirnenform, äh, gekauft und, äh, hab extra darauf geachtet, dass die, äh, dass die halt auch für Video und Fotografie geeignet sind, ne? Und, äh, die waren von einem sehr unbekannten kleinen asiatischen Unternehmen, das heißt Xiaomi. Und, äh, und die sollten auch nur mich, mich beleuchten. Also, den, mich dann quasi, sollten so Facecam-Ersatz sein. Und die haben auch funktioniert. War, war super, ne? Konntest du die Farbtemperatur einstellen, so ähnlich wie das mit Elgato jetzt auch geht und, ne, Helligkeit, dies, das, Ananas, alles cool. Dann gab's ein Software-Update von diesem Hersteller und dann haben die nur noch geflackert. Da wurde anscheinend auch ein bisschen eine Herzzahl gedreht, ne? Und seit diesem Tag flackern die wie die Seuche und du kannst halt dieses Firmo-Upgrade, also ich hab's nicht hingekriegt, das zurückzudatieren, beziehungsweise eine ältere Firma wieder einzuspielen, ne? Also, ja, war ein bisschen doof. Ich sage es, ich sage es, never change a running system. Never. Seit eh und je, wenn ich kein Update brauche, mach ich kein Update. Problem bei dieser Thematik ist halt, du kannst ja nicht einschätzen, ob du das Update brauchst oder nicht brauchst, weil wenn ein smartes Device ein Update macht, kann es ja auch sicherheitsrelevante Funktionen quasi verändern, beeinträchtigen, Sicherheitslücken schließen, sowas. Also deshalb, wenn ich jetzt, weißt du, dass das schlimmste Ding ist, du hast ganz viele smarte Geräte, IoT-Geräte und die kriegen nie irgendwelche Updates, dann sind die früher oder später immer Einfalltor für irgendwie scheiße. Müssen sie nicht. Du kannst natürlich sie auch in deinem eigenen privaten Laden gefangen halten, dass sie gar nicht nach draußen kommen und keine Informationen von draußen verarbeiten dürfen. Dann sind sie aber nicht mehr besonders smart. Da gibt es nicht so viele Geräte, die das dann trotzdem auch können, ne? Ja, okay. Fair enough. Ja. Ey, ich meine, du willst mir nicht erzählen, dass du niemals ein Update für deinen Router machst, nur weil er läuft. Nö. Wie, nein? Nein. Ja, wenn du einen Router von deinem Provider hast, der macht doch sowieso Updates, ohne dass du das mitbekommst. Ich krieg grad also so, ne, die Nackenhaare stellen sich grad so ein bisschen auf, dass du bist eine wandelnde Sicherheitslücke, oder was? Warum? Also, warum? Wofür sind denn deiner Meinung nach so Updates gut? Ich muss doch nicht, also jetzt, ich verstehe deinen wirklich relevanten Einwand, aber wenn in dem Change-Log nicht steht, dass irgendwas Relevantes für Sicherheit oder für mich ist, dann mach ich doch kein Update. Warum? Wenn da, weiß ich nicht, sie können jetzt das unter diesem Reiter erreichen und wir haben das gefixt und was, wenn das für mich irrelevant ist, warum soll ich das machen? Warum soll ich meine Lampen upgraden, wenn ich meine Lampen nicht update muss? Fair enough, aber glaubst du, dass ein Hersteller und ein Entwickler und ein Techniker, der das machen muss, der eh schon keinen Bock und keine Zeit drauf hat, das noch zu dokumentieren, glaubst du, der schreibt alle relevanten Sachen da rein, die... Ja, dann hat dieses Produkt hier nichts zu suchen, ganz einfach. Aber du machst das ja, du hast ja eine Zero-Update-Policy, also dein Stream-PC wird niemals geupdatet. Nee. Warum? Wofür denn auch? Also, warum soll ich den, also wofür? Was will der denn hier machen? Darf ich dir mal einen USB-Stick schicken, den du einfach nur an deinen PC ansteckst? Du kannst mich auch mal am Arsch lecken. Also, verstehst du, was ich meine? Wozu soll ich den upgraden? Ja, du bist aber, pass auf, du betreibst ja kein Atomkraftwerk abseits vom Internet, was ein eigenes Netzwerk hat oder sowas, wo nichts rein und raus darf. Du bewegst dich schon mit deinen Computern in einem Netzwerk, das Zugriff aufs Internet hat. Dass du mit deinem Stream-PC super sparsam mit Updates bist, kann ich absolut nachvollziehen. Wir hatten alle schon diesen Struggle und keiner von uns hat Bock darauf, bei einem scheiß Windows-Update sich wieder um den Sound zu kümmern oder andere Geschichten zu machen. Aber so gar keine Updates zu fahren, finde ich, ist der absolut falsche Weg. Maga, ich habe in meinem Netzwerk hier vor, da in dem Schrank unten drinne, kommst du erst mal von da draußen nach da und dann darfst du erst mal da drinne gucken, was da los ist, bevor hier drinne überhaupt irgendwas passiert. Also, warum, wofür soll ich ein Update installieren? Was denkst du denn, was da sich jetzt großartig ändert? Wenn irgendeiner auf deinen verfickten Computer will, dann spielt das gar keine Geige, wie neu dein Computer ist. Weil das Update, was Windows jetzt einspielt, haben andere Leute schon fünf Monate vorher durch. Also, das ist halt total, weiß ich nicht. Und was will jemand mit deinen Lampen machen? Von draußen Lampe an und aus machen? Also, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man über smarte Geräte in dein Netzwerk kommt oder damit was machen kann. In den normalsten Fällen sind das Anwendungsszenarien, die für dich und für mich nicht wirklich relevant sind oder beziehungsweise uns nicht betreffen. Aber ich glaube, du solltest dir mal anschauen, wie viele Probleme smarte Geräte haben können, wenn jemand das nicht speziell auf dich abgesehen hat, aber wenn dann so ein Gerät auf einmal im schlimmsten Fall, ich sag jetzt mal, Teil von einem Botnetz werden könnte. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass in deinem System deine Lampe jetzt auf einmal zu irgendeinem russischen Botnetz gehört und dann Befehle von außen befolgt oder sowas. Wenn das jemand möchte, Alex, wenn das heute in 2021 jemand möchte, spielt das überhaupt gar keine Rolle, welche Version du auf deinem Gerät drauf hast. Es spielt keine Rolle, ob du das neueste Update hast, das älteste oder was auch immer. Ich verstehe, was du meinst und ich gebe dir recht, aber du täuscht dich genauso. Es spielt keine Rolle, aber die meisten Sachen, die die Botnetze und ähnliche, nennen wir sie Bösewichte ausnutzen, sind eben veraltete Versionen. Dass man auf einmal auf einen Drucker zugreifen kann, weil es dafür keine Updates gibt auf der Hardware-Seite oder sowas. Das sind so Sachen wie, ja, da musst du aber schon nah dran sein, du kannst auf das WLAN von dem Drucker von außen zugreifen, mit einer manipulierten, was auch immer, scheißegal. Es gibt so viele Einfallstore. Aber wir reden über die ganz simple, einfache Sache, dein Gerät darf mit dem Internet kommunizieren und weil es das tut, ist es draußen im Internet. Dass das dann, wenn jetzt, sagen wir mal so, den typischen Hacker, den man sich aus einem Film vorstellt, den es so in der Form sicherlich in der freien Wildbahn kaum anzutreffen gibt, zumindest nicht in dieser Art und Weise, der hat es ja nicht speziell auf dich abgesehen und will dein Netzwerk kapern, sondern der streut einfach nur mit seinem, keine Ahnung, ob es jetzt ein IP-Range-Scan ist oder weiß der gar nicht, worüber es geht, einfach nur verwundbare Router zu finden, die niemals geupdatet worden sind, weil da eben eine Version von vor zwei Jahren draufläuft, die noch eine Schwachstelle hatte, die man mittlerweile schon seit Ewigkeiten gefixt hat, dann kommt man auf dein System entweder drauf oder kann Geräte, die im Netzwerk sind, eventuell kompromittieren. Also das würde ich nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Du musst da nicht so total crazy sein und auf einmal einen auf komplett ich-mach-alles-dicht-machen gehen, aber vielleicht solltest du dich damit mal auseinandersetzen. Also ich lebe im, also mal wirklich realistischen Sprung. Bei mir ist alles im Internet. Mein Telefon, mein Tablet. Es spielt wirklich, es würde, wenn das jemand möchte, spielt das keine Rolle. Und der müsste sich jetzt nicht mal groß Mühe geben, weil dann geht er einfach in meinen Passwort-Container, den wahrscheinlich er, den er auch aufkriegen würde und dann hat er alles, was er möchte. Ja, aber wie gesagt, wir reden jetzt über zwei verschiedene Sachen. Das ist der persönliche Angriff auf dich, weil er dich als Opfer gefunden hat und versucht... Ob ich jetzt so heiße, wie ich heiße oder ob jemand einfach Kreditkarten sammeln möchte, spielt keine Rolle. Also, verstehst du, wie ich meine? Wenn jemand das möchte, egal ob du das bist oder nicht oder den interessiert das nicht, dann kommt der da auch rein. Also selbst mit den neuesten Updates und schieß mich tot und hast du nicht gehört, wenn irgendjemand da rein will, dann kommt der da auch rein. Und dann spielt das auch keine Rolle, ob das das neueste, älteste oder was auch immer. Das Ding ist halt, du machst es Pappenheimern, die nicht clever genug sind, einfacher, weil sie alte Sachen nutzen könnten. Das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Aber das ist halt trotzdem am Ende des Tages... Trotzdem am Ende des Tages können die Leute immer noch alles machen, was sie wollen. Das ist halt einfach so. Also, was heißt, es ist halt einfach so. Es klingt halt bescheuert. Ich verstehe, was du meinst. Es ändert aber auch einfach gar nichts. Das ist genauso wie Leute, die sagen, ja, ich benutze kein Google, weil ich dies nicht möchte und jenes nicht möchte, weil die meine Daten haben. Die wissen eh alles von dir. Und das ist andersrum genau dasselbe. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn du dich komplett aus Google und aus dem Internet, soweit es geht, raushältst, bist du trotzdem im Internet, weil irgendjemand aus deiner Familie oder Freundeskreis dich in irgendein Adressbuch eingetragen hat und das wiederum ist dann bei web.de, bei Gmx oder bei Google. Also sind die Daten sowieso dann wieder quasi in der Cloud, wie es so schön heißt. Also ich finde diese Ich-aktualisiere-sowieso-nichts-Thematik von dir sehr schwierig, wenn ich ehrlich bin. Was heißt, ich aktualisiere sowieso nichts? Also ich hänge jetzt nicht da und ich aktualisiere meine Smartlampen nicht, da meine Rechner sind, mein Computer ist nicht geupdatet, weil ich da auch einfach die, ich sehe den Sinn dahinter einfach nicht. Weil es eh, also ich sage dir so, wie es ist, bei der ganzen Menge an Geräten, die du hast, die ganze Scheiße, die da eingeführt wird, weil Leute irgendwelche Deppen-Updates machen, siehe Windows dieses Jahr, muss ich mich doch nicht ständig hinsetzen und alles updaten. Warum soll ich meinen verfickten Drucker ändern? Weil dann, wenn der mir danach sagt, dass er nach allen, nach zwei Druckungen, dass die Druckerpatrone leer ist, warum soll ich so eine Scheiße updaten? Warum soll ich meinen Router updaten, wo drinne steht, ja, wir haben die Ansicht von T-Stars Ananas geändert und da nichts sicherheitsrelevantes drinne steht. Warum soll ich meinen, warum soll ich meinen Xiaomi-Roboter updaten, wenn da drinne steht, wir steuern jetzt die Sensoren anders an, das ist mir doch scheißegal, das ist mir Latte. Sobald da nichts sicherheitsrelevantes drinne ist, und das ist in den meisten Fällen so, bei den Geräten, die ich besitze, muss ich doch kein Update machen. Wofür denn? Also wofür soll ich ein Update machen, wenn danach im Großteil eh nur Jauche rauskommt? Ich verstehe deine Kritik. Die Kritik richtet sich bei dir danach, dass die meisten Updates sich nur auf kosmetische oder neue Funktionen, die du sowieso nicht benutzen möchtest, abzielen und nicht darauf, dass jedes Update sicherheitsrelevante Kriterien bei dir erfüllt, die du dann installieren würdest. Richtig? Wenn es sicherheitsrelevante Kriterien hätte, würde ich das tun. Außer bei Windows, weil Windows ein Haufen Scheiße ist. Windows ist einfach, sind wir ganz ehrlich, Windows ist dieses Jahr einfach ein Haufen Scheiße gewesen. So, warum soll ich das updaten? Auf den Rechnern ist eine Struff. Nils, wenn ich ein IT-Dienstleister wäre, würde ich hoffen, dass ich dich nicht als Kunden hätte, wirklich. Oder ich hätte dich gerne als Kunden, wenn mal was passiert, weil dann würde ich nämlich ordentlich an dir verdienen. Du verstehst aber nicht, dass vor den ganzen Sachen noch Sachen, also in dem Netzwerkschrank hängt noch was drin, was ein bisschen dafür sorgt, dass hier nicht jeder einfach reintrompeten kann. Das vergisst du gerade. Also nur, weil da unten ein Modem drin hängt, wo Internet durchkommt, heißt das nicht, dass danach nicht noch was drin ist, was es dir nicht schwerer macht, hier reinzukommen, by the way. Oder dass da Gerätschaften drin sind, die noch gewisse Telefonie-Geschichten unterbinden. Wie zum Beispiel einen Piehole und darunter ist auch noch ein anderer Router von Ubiquiti, der auch noch ein bisschen aufpasst. Das vergisst du gerade. So. Ich vergesse das nicht, Nils, aber wenn ich deiner Logik folge, dann kannst du auch eine Hardware-Firewall bei dir zu Hause betreiben. Natürlich. Aber wenn du die nicht updatest, weil du das nicht für notwendig hältst, dann bringt dir das am Ende auch nicht wirklich viel. Aber warum soll ich meinen Modem updaten, wenn davor, wenn davor, also oder dahinter, fürs Haus noch eine Firewall dahinter hängt? Warum? Wofür? Was soll das? Und ich weiß, dass alle Leute im Chat gerade komplett ausrasten, wahrscheinlich bei dir. Ah, das kannst du doch nicht machen, das ist doch total bescheuert. Nee, ist es nicht. Ich lese mir die Scheiße halt durch, was da drin steht. Wenn es sicherheitsrelevant ist, mache ich das. Und auf meiner Fritzbox brauche ich kein Update machen. Warum? Dieses Ding ist einfach nur da, dass von draußen einer weiß, aha, der hat einen Internetanschluss und dahinter hängt noch was anderes, was dafür sorgt, dass Ruhe im Karton ist. Welche Aussage wie vor einer halben Stunde. Ich halte deine Strategie für falsch. Ich kenne dein komplettes Netzwerk nicht und ich fände es auch nicht sinnvoll, da offen darüber zu reden. Das würde ich in meinem Fall auch nicht machen, aber weil du willst ja nicht einen Bauplan offenlegen, was du benutzt, damit man dir sagen kann, wie du am besten anzugreifen wärst. Aber im Großen und Ganzen halte ich deine Strategie für nicht richtig. Ich halte aber auch die Strategie, alles zu updaten auf dem neuesten Stand in der heutigen Zeit auch nicht mehr für richtig, weil oft sehr viel beschissene Updates kommen. Die Druckergeschichte eben gerade, das war kein Joke. Ich musste den Drucker weggeben, weil dieser Drucker mit dem neuen Firmware-Update irgendwann nur noch zehn Seiten drucken konnte und danach waren die Druckerpatronen leer. So, warum soll ich das, versteht, warum soll ich das updaten? Da mache ich vorher das verfickte WLAN aus und stecke da ein Netzwerkkabel ran und dann kann da dran keiner was machen. Oder ich benutze es gar nicht mehr. So, aber warum soll ich solche Updates machen? Ich habe dein Problem verstanden, Dils, aber wir drehen uns gerade im Kreis. Du kannst es mir gerne nochmal erzählen, aber am Ende des Tages habe ich verstanden, dass du nur Updates machst, wenn du der Meinung bist, dass das, was in den Change-Logs steht, das Einzige ist, was bei einer Firma oder bei einem Treiber-Update geändert wurde. Und ich gebe dir absolut recht, ich bin auch kein Early-Adapter, ich installiere auch nicht Windows 11 jetzt schon vorab und lasse darauf meinen Stream laufen oder mein Gaming halt irgendwie laufen. Ich möchte auch nicht mal eben dann irgendwie sagen, so von, ja, scheiße, das hat mein System zerschossen, wir sehen uns dann morgen wieder, ich muss erst Windows installieren, sowas. Ich verstehe auch, dass es einige Updates sowohl von AVM als auch von anderen Firmen gibt, ob das jetzt ein Nvidia-Treiber ist oder sowas, den braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Wenn ich daran denke, dass ich, wenn ich das Spiel, was da gefeatured ist, nicht unbedingt spiele, dann installiere ich mir den Nvidia-Treiber auch nicht. Warum sollte ich das dann auch tun? Dass es aber immer wieder Systeme oder sicherheitsrelevante Sachen gibt, die nicht in einem Change-Log auftauchen oder nur, also nicht auf der öffentlichen Seite, sondern es gibt ja meistens dann auch noch sowas wie ein Entwickler-Change-Log, wo der dann ein bisschen ausgiebiger ist. Ja gut. Ich verstehe auch, dass ich zum Beispiel speziell bei Windows-Updates nicht immer den neuesten Scheiß sofort installiere auf meinem Game-PC, sondern am besten mal so ein, zwei Wochen noch abwarte, weil falls da irgendwie viele Benutzer davon betroffen sind, dass dieses Update irgendwas zerfrisst oder nicht gut läuft, dann kann man sich zurücklehnen und sagen, ja gut, Microsoft hat das Update wieder zurückgezogen, warten wir mal, bis es neu rauskommt. Hast du bei dir Antiviren installiert? Nein. Okay. Eine Antiviren-Software halte ich für absolut sinnvoll, wenn ich mich null mit dem PC auseinandersetze, die ältere Generation, wie zum Beispiel mein Vater. Wenn du den, mein Vater hat eine ganz simple Strategie, noch nicht meine Strategie, mein Vater hat eine ganz simple Aussage getroffen, und so, ja, ich hab doch nichts zu verstecken. Sag ich, ja, du hast nichts zu verstecken, aber du musst trotzdem nicht überall deinen Namen und deine Adresse und so weiter angeben, so, das kann schon mal ausgenutzt werden. Ja, okay. Ja, und wenn ich so eine Rechnung geschickt bekomme, dann muss ich ja mal reingucken. Sag ich so, was für eine Rechnung? Ja, da hat mir jemand eine Rechnung geschickt, da muss ich ja mal eben kurz reingucken. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Dateianhang. Und dann sagt der Anti-Viren, oder die Anti-Viren-Software, die Anti-Viren-Suite sagt dann so, ah, 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 das ist nicht gut. So, ja, also, ich finde, Anti-Viren-Software hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, für mich in meinem Fall eher nicht. Auch ich hab schon mal so im Halbschlaf auf irgendeinen Dateianhang geklickt, den ich nicht hätte anklicken sollen, so, hab danach geschaut, ob ich irgendwas eingefangen hab, das ist jetzt auch schon zehn Jahre wieder her, ne? Keine Frage, aber im Normalfall würde ich auch eher sagen, dass in meinem speziellen Fall die Windows-eigenen Mittel in dem Fall vollkommen ausreichen und meine Strategie, wie ich kommuniziere und was für Tools ich benutze, da vollkommen ausreichen, so, dass ich da keine Anti-Viren-Software für brauche und ich verstehe auch dieses gegenseitige Aufreiben, so, die einen sagen, das brauchen wir unbedingt und die nächsten sagen so, nein, du brauchst nur ein Gehirn und, ja, da trifft man sich nicht so in der Mitte. Das sind, ich glaube, alle diese, alle diese Themen, auch das, was wir vorher hatten, da wirst du immer einen Für und einen Wider finden, also ich entnehme das halt bei mir aus dem Chat, da entnehme ich das auch so, weil ich nämlich letztens gerade darüber gesprochen hatte über Viren-Scanner, weil irgendjemand meinte, er konnte mein Stream nicht gucken, weil Avast gesagt hat, dass irgendwas damit ist, aber nur mein Stream, warum auch immer, keine Ahnung und ich persönlich benutze halt auch keinen Viren-Scanner, seit Jahren schon nicht mehr oder Artikel-Programm, weil ich bin auf fünf Internetseiten und das war es, mehr besuche ich einfach nicht. Vor ein paar Jahren ist mal über den Werbeserver, der mit Heise zusammengearbeitet hat, ist mal Schadsoftware oder Schadcode ausgeliefert worden, das heißt, selbst wenn du auf deinen fünf Webseiten bist, auf denen du bist, sich über so einen Weg Schadcode eingefangen werden kann, dann kannst du dich auch bei nur fünf Seiten, die du besuchst, quasi was einschleichen, das geht schon. Da sind wir wieder dann bei der Thematik, das hat niemand was auf dich abgesehen, sondern das wird halt einfach nur in Massenmedien gestreut, in der Hoffnung, dass irgendwo ein Port offen ist oder irgendwo ein Ping zurückkommt, mit dem man dann anarbeiten kann. Also ich gebe dir ganz recht, es ist am Ende des Tages, auf der einen Seite ist es sinnvoller, davon zu verstehen, was man macht, als einfach nur blind auf irgendwelche Updates von irgendwelchen Firmen zu vertrauen, weil dann bist du eh aufgeschmissen, die Firmen wollen Geld verdienen und wenn sie ein Produkt ein paar Jahre auf dem Markt haben, dann ist es egal, über welche Firma wir reden, die meisten Firmen machen weder Support dann dafür, noch interessiert ihr das dann mehr, weil sie wollen halt das neue Produkt verkaufen, es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber das ist so normalerweise für ein Konsumermedium, und Hardware so der Fall. Sowohl Windows als auch in fast allen anderen Bereichen gibt es Updates, die man vielleicht abwarten sollte, wenn man es wüsste und hinterher ist man immer schlauer. Ich habe einmal mit, als ich noch einen Virenscanner benutzt habe, das war Panda-Antivirus vor ein paar Jahren, der hat mir Systemdateien gelöscht, das ging sogar schwer durch die Presse, das war so ein, da hat die Antivirensoftware auf einmal gemeint, dieser Teil vom Betriebssystem ist böse und hat den halt quasi komplett gekillt. Das war nicht so witzig, aber das ist jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre her, schon heftig. Ich möchte noch kurz was vorlesen. Warum nützt du keine automatischen Images der Platten, wenn du solche Angst vor Updates hast, damit du bis zu 10 Minuten wieder auf einem funktionierenden Stand bist? Ich habe das vor vielen Jahren, habe ich mir Images gemacht, das hat a, immer super ewig gedauert und b, war das Reinladen von den Images auch immer super lange und hat ewig gedauert. Und nur für ein beklopptes Windows-Update fange ich nicht an, irgendwelche Platten, Sicherheitskopien zu machen und irgendwelchen Speicher vollzumühlen damit, weil Windows installierst du mittlerweile in 15 Minuten. Und mein System ist halt so, wenn ich das möchte, dann installiere ich Windows einfach in 15 Minuten neu und dann bin ich fertig. Deswegen mache ich auch, wie gesagt, ich halte davon dieses Jahr, seit diesem Jahr halte ich von Windows-Updates echt mal gar nichts. Nichts. Images ziehen, finde ich super sinnvoll, wenn du so ein Master-Image hast und musst das Ganze auf viele verschiedene Systeme halt irgendwie bringen, dass man halt sehr, sehr schnell was installieren kann. Und sicherlich kann man das nicht mehr mit der Zeit früher vergleichen mit heute, wenn man über SSDs und sehr, sehr schnelle Netzwerkverbindungen halt irgendwie redet, dann kannst du Images auch super, super schnell wieder einspielen. Aber da gebe ich dir absolut recht, die Sache mit den Images hat sich in dem Moment vollkommen selbst erledigt, in dem man Windows einfach komplett in 10 Minuten, 15 Minuten installieren kann. Von einem USB-Stick und das würde sogar noch schneller gehen. Dann ist es nicht eingerichtet, du musst die Software einrichten, du musst ja alles, jeden Treiber installieren und den ganzen Scheiß, ja, keine Frage. Macht ja Windows mittlerweile auch von selber schon. Größenteils. Die zertifizierten Treiber werden natürlich installiert, klar. Die sind dann meistens nicht ganz up-to-date, die sind ein bisschen älter, etc. Es werden auch nicht alle Treiber immer eingereicht bei Microsoft, ist auch klar. Aber am Ende des Tages hast du erstmal ein lauffähiges System. Überleg mal 10 Jahre zurück, wenn du da Windows aufgesetzt hast, dann hattest du halt erstmal 640x480 Bildpunkte, die dir ins Gesicht geschrien haben mit so einem Mauszeiger, ja, da musstest du erstmal irgendwie die Grafikkarte installieren. Aber es ist mittlerweile immer noch so, beim ersten Starten, ja, dann lässt es einfach zwei Minuten in Ruhe und zack, hast du sofort. Also ich habe das vor Jahren alles so geregelt, weil mir das irgendwann immer auf den Sack ging mit den Windows-Updates, weil ich habe die, früher habe ich die auch immer instant und sofort gemacht und das ist halt, ich finde persönlich, muss ich sagen, an Arbeitsrechnern ist das einfach kein Zustand. Also deswegen ist das beim Streaming-Rechner einfach, das geht nicht, wenn der nicht geht, dann ist das Ausfall und da kannst du halt Windows neu installieren und das liegt halt alles auf anderen Platten. Also zum Beispiel muss ich nie meinen Teamspeak neu installieren oder mein, weiß der Geier, such dir irgendwas meines Steam-Games oder was auch immer, weil die ganzen Sachen noch da sind quasi. So und falls wirklich mal... Ich habe ein bisschen abgelenkt, weil ich mache gerade eben Windows-Updates, warte. Viel Spaß. Ja, läuft. Erzähl. Und dadurch, dass sie auf anderen Partitionen liegen, entfällt da halt viel von diesem Zeug, was man neu machen sollte und oder nee, was man neu machen muss. Also gerade was Treiber angeht, sind die meisten Treiber, die da mitkommen, automatisch reichen völlig zu und ich habe eh keine Arbeitssoftware auf diesen Rechnern drauf hier. Die sind halt alle auf anderen Computern. Also muss ich da auch nichts großartig machen. Ich verstehe genau, was du meinst. Also wenn ich mal so zurückdenke, als ich in die Lehre gegangen bin und da dann mal die Computer in der Firma am Wochenende neu gemacht habe, das wurde vorher geplant, dann hat man mir noch geholfen, die PCs alle in unsere Werkstatt zu bringen und die anzuschließen mit den fetten Monitoren und so weiter. Und dann habe ich halt quasi alle PCs in der Werkstatt stehen gehabt, bin da rundherum gelaufen, habe die installieren lassen und das hat halt Stunden gedauert, alles einzurichten und fertig zu machen. Das hat wirklich den ganzen Tag dann gedauert. Und also klar, das dauert heute auch noch seine Zeit, aber es geht halt um ein Vielfaches schneller. Alles ist schneller geworden. Die Speichermedien, die Medien, von denen du es installieren kannst, du kannst es, Network Install geht natürlich auch schon seit Ewigkeiten. Klar, keine Frage, aber es war schon, also wenn ich daran so zurückdenke, was für einen Aufwand man da früher noch betrieben hat, das ist schon sehr, sehr krass. Windows 7, der erste Start von Windows 7 mit Updates machen. Alter, das hat so lange gedauert. Oh, Windows 7 war eine absolute Vollkatastrophe. Ach, hier noch mit den ganzen Service Packs, Service Pack 1 und so weiter. Da hättest du lieber das Image neu gezogen und es neu installiert, aber das wolltest du nicht, weil dann musstest du ja alles neu einrichten und installieren. Da hast du lieber den Scheiß laufen lassen, so anstoßen, einkaufen gehen und irgendwie, ja, ja. Das hat so lange gedauert. Boah. Also heute kannst du ja wirklich in 20 Minuten kannst du Windows 9 installieren. Und ich, also ich persönlich sag so, wie es ist, weil auch nochmal das mit den Images da steht, neu ist für mich immer besser. Immer. Es ist so. Es ist so. Also selbst ein Image-Theme, ich hab das, ich hab das auch mal, eine Weile hatte ich das auch mal gemacht, wahrscheinlich hatte ich ein Scheiß-Programm oder so, ich glaub True Image oder so heißt das oder ich kannte mich damit nicht aus, ich weiß es nicht. Aber mir hat das, ich wollte Windows 7 wieder herstellen, glaub ich war das. Und das hat einfach so unfassbar fucking lange gedauert, dass ich einfach den Rechner neu installiert hab. Ich hab dafür, für sowas einfach keine Geduld. Das ist genau dasselbe und daher kommt auch diese Einstellung mit den Updates, gerade bei den Computern, bei also, nee. Ich hab, zum Beispiel, bestes Beispiel, Elgato. Ich hab die, gutes Beispiel, wegen den Updates. Ich hab Elgato, kam ein neues Update rein, ich hab's installiert, ging die Cam nicht mehr. Die funktionierte einfach nicht mehr. Davor tadellos, als gespeichert, dies, das, ananas, hab das Update installiert, funktioniert nicht mehr. Nächster Grund, kommt kein Update drauf. Wenn das läuft, läuft das. Wenn das nicht sicherheitsrelevant ist, wenn sie es dann nicht dazuschreiben, okay, dann gebe ich euch recht, an der Stelle nochmal, dass das kacke ist, aber wenn da nichts drinsteht, dann, weil ich hab das ziemlich häufig mit Geräten. Ich hab das bei der, äh, Sony 6400, hab ich das auch gehabt. Ich hab die, die Filmware da drauf geupdatet, funktionierte der Augenfokus nicht mehr. Musste ich wieder zurückspielen, äh, und die alte drauf machen. Und das hatte ich in den letzten Jahren so häufig, dass ich da wirklich mittlerweile angefangen habe, auch Changelogs zu lesen, ob das wirklich für mich halt wichtig ist. Also es ist jetzt nicht so, als wenn da, als wenn ich jetzt, äh, Anti-Update-Gegner bin oder so, sondern, also auf Windows zum Beispiel dieses Jahr, äh, mein Streaming-PC ist zweimal hops gegangen, mein Racing-PC ist dreimal hops gegangen dieses Jahr und mein, äh, Gaming-PC hat zweimal den, äh, den Grafikkartentreiber zerschossen. Und wenn du so ein Ja hast, Mager, dann ist einfach hier und dann den hier. Aber ich, 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 ich frage mich halt, jetzt mal ganz blöd, warum ist das denn bei dir so häufig aufgetreten und bei anderen Leuten gar nicht? Äh, ich gehe davon, was, was waren die Faktoren, die dazu geführt haben, dass du so anfällig bist, dass in deinem System gleich mehrere Computer davon betroffen sind? Also auf dem Computer da drüben ist es, äh, liegt es wahrscheinlich daran an den ASIO-Treibern für das, äh, Mischpult. Und auf diesen beiden Computern liegt das an den AMD, äh, Grafikkartentreibern. Weil den, also ich kann meinen Streaming-PC, kann ich keinen Grafikkartentreiber mehr installieren. Also Windows nimmt keinen AMD-Grafikkartentreiber mehr, äh, es fängt alles an zu lecken, der Rechner freest irgendwann und stürzt ab. Echt, keine Chance, keine alten Version, keine neuen Version, mit dem Windows-Update, ich weiß nicht, ob die Radeon 7 einfach komplett rausgenommen wurde im Support oder irgendwie sowas, aber kannst du komplett knicken. nicht mal der hauseigene, nicht mal der hauseigene nach dem Neuinstallieren, der automatisch von Windows kommt. Und ich hab jetzt einfach nur 3xD installiert und das Standard, äh, das Standardding drin. Und damit läuft's. So, und jetzt, ey, keine Ahnung, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Bei dem Rechner in der Mitte auch Windows-Update gemacht, äh, äh, genau dasselbe mit der, mit der Grafikkarte, der Monitor ging an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, Grafikkarte, äh, Grafikkartentreiber deinstalliert, funktionierte wieder. Hat jemand im Chat auch geschrieben, er hat genau dasselbe seit dem neuen Windows-Update, wieder das neue Update gemacht, neuen Treiber genau dieselbe Scheiße wieder. Nur, dass ich da halt nicht, äh, neu installiert hab. Da drüben genau dasselbe, äh, ist dieses Jahr, ist irgendwann zwischen, ich glaub, vor einem Monat oder zwei ist ein Dings gekommen, äh, ist ein Update gekommen, der hat den kompletten ASIO-Treiber von dem, von dem Mischpult, äh, der da drauf ist, damit das Mischpulthalter erkannt wird, hat er so zerballert, dass das Gerät nicht mehr erkannt wurde. Kein, also wirklich überhaupt gar keine Chance, da ging nichts mehr. Kein Neustart, Gerät ran, raus, kein Treiber neu installiert, musste Windows neu installieren, damit das wieder erkannt wird. Und das krasse war halt, dass das so einen großen Fehler verursacht, ohne diese USB-Sounds, dass der immer connected hat und disconnected und damit konntest du nachher nicht mal mehr zocken. So, und das hatte ich da drüben zweimal dieses Jahr. Zweimal. Und alles live auf dem Stream, weil Windows meinte, hier, let's go, wir pushen einfach mal. Ja, das ist das Beste. Hey, du hast zwar deine Nutzungszeiten eingestellt, aber wir sind halt, wir kennen uns damit ja aus, du brauchst den PC ja gerade nicht, du spielst gerade ein Spiel, ach, Update, go. Ja. So, und dann, also nach so einem Ding fängst du halt nicht an, dann machst du die Hütte halt einfach dicht so. Ich feier. Und dann kann das Ding auch drei Wochen alt sein, kannst du irgendwann alle, weiß ich nicht, keine Ahnung, alle drei, vier, fünf Monate kannst du das mal machen, aber ne. Da bin ich halt raus. Das sind halt meine Arbeitsrechner so. Und für mich ist das von Relevanz, dass die Dinger halt laufen. Ja. Da sprechen wir die gleiche Sprache. Das ist jetzt, ich will ja nicht in die Karre fahren. Nee, nee, alles gut, also ich verstehe das schon. Ich verstehe auch deinen, deinen, deinen Anhaltspunkt oder dein, dein, dein Gesichtspunkt, den du da anbringst. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich da komplett anti bin. Das stimmt ja so auch nicht. Also meine, meine eigene Strategie zum Thema Windows-Updates ist eigentlich relativ simpel. Ein, ein Windows-Update auf dem Stream-PC mache ich auf keinen Fall, wenn ich sehe oder höre, dass ein neues Update draußen ist, sondern erst und deutlich später. Und das dann am besten auch außerhalb der Streaming-Zeiten, also sprich nach dem Stream oder sowas. Aber es kommt immer mal vor, wie du auch schon gerade gesagt hast, dass Windows dann halt trotzdem einfach ein Update fährt. Und dann unten leuchtet so dieses, hey, um das Update zu installieren, musst du mal eben kurz neu starten und sowas. Ja klar, ich habe gerade einen Stream online. Das ganze Desktop ist voller, voller Programme und, und Windows möchte am liebsten mal eben kurz einen Neustart machen. Ganz toll. Und dann kennen wir das auch, dass wenn man das zum Beispiel auf dem Game-PC hat und Windows möchte am liebsten einmal kurz neu starten, dass auf einmal sind irgendwelche ganz komischen wilden Fehler da. Ein USB-Gerät funktioniert nicht mehr, der Sound funktioniert nicht mehr, irgendeine Scheiße. Und dann denkst du dir so, was ist denn das? Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ach fuck, Windows will wieder einen Neustart machen. Ja, okay, alles klar, ich starte das mal eben kurz neu. Und das, Dizzy, ist nämlich auch ein Grund, warum ich gerne wieder auf den Stream-PC zurückgegangen bin, weil ich nämlich, seitdem ich den Stream-PC wieder dazwischen habe und nicht über einen Single-PC streame, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich diese Scheiß-Gurke wieder neu gestartet habe, also meinen stärksten PC, meinen Game-PC, weil man halt einfach, weil es halt einfach Probleme gemacht hat, weil einfach irgendwas ausgefallen ist, weil ein Windows-Update kam oder ähnliche Sachen passiert sind. Also, und das fällt dann auch teilweise schon im Chat auf, so, ja gut, das wird jetzt wieder ein Stream-PC. so, ja genau, genau deshalb, das ist schon cool. So, und ich sage trotzdem, zum Streamen brauchst du keinen Stream-PC, das würde ich nur machen, wenn du, wenn du wirklich, wenn du wirklich Full-Time und wirklich auch ein bisschen Geld mit der ganzen Maschine verdienst, ansonsten ist ein Stream-PC absoluter Luxus. Das sage ich nicht, um Leute klein zu halten, sondern einfach, um eine Menge Stress wegzunehmen, der mit Audio-Chain und mit, 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 mit Tearing von Capture-Karten und so weiter irgendwie zu tun hat, also, da könnte man sich stundenlang darüber auskotzen, ganz ehrlich. Stundenlang. Aber das wollen wir hier nicht. Also ich nicht. Hä, wieso dafür ist das doch da? Leg los. Wir haben das alles schon ein paar Mal durchgekaut. Ich will das jetzt gerade nicht, nicht wieder, wieder aufmatschen, so mit dabei. Ne, aber Spaß beiseite, was, was so die Windows-Updates angeht. Ich bin dann ganz bei dir. Es gab, ich weiß nicht, ob das jetzt speziell letztes Jahr ist, aber es gab, es gab einige Updates, die dann von Windows wieder zurückgezogen wurden, weil sie dann doch eine große Benutzergruppe hatten, was jetzt auch immer groß bedeutet, bei denen das zu Problemen geführt hat und wenn so ein Software-Riese wie Microsoft einfach mal solche Updates zurückzieht, nochmal überarbeitet und dann nochmal in überarbeiteter Form rausbringt, das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass es vielleicht nicht so schlau gewesen ist, das mit als erstes zu installieren, aber oft betrifft das ja auch nur eine bestimmte Benutzergruppe, die dann doch größer war, als sie vorher gedacht haben, die vielleicht bei dem Update mit ihrer Hardware, die sie benutzen oder die Treiber, die diese Hardware dann benutzt, irgendwie in Konflikt standen und die Chance, dass du dann halt mit dabei bist, kann ich nicht abschätzen. Wenn Sie sich das mal nicht, mir ist das letztens, ich hatte so einen geistigen, tollen Moment beim Kacken, ich weiß nicht, ob du das auch oft so hast, wenn dir mal so ein bisschen, wie sagt man, Schuppen vor den Augen runterfällt, wie krass eigentlich Windows ist. Also im Sinne von, na wenn du, sagen wir mal, nimmst du mal Mac OS. Mac OS läuft wirklich nur auf, Apple weiß, wo das draufläuft. Das heißt, die entwickeln für einen ganz bestimmten Kreis an Hardware ihre Software. Und dann stellen wir daneben Windows. Alter, Windows ist einfach so, wie viel zig, wie viel zig Millionen Hardware-Kombinationen damit funktionieren. Das ist einfach insane. Genau, müssen. Und das ist mir letztens, beim Kacken ist mir das aufgefallen und da habe ich mir gedacht, Windows ist eigentlich schon echt krass. Also die ganzen Fehler hin oder her und die ist das, Ananas und man meckert immer viel, aber Windows ist echt krass. Wenn du dir das wirklich mal so durch den Kopf gehen lässt, ist das ganz schön krasses Stück Software. Genau das Thema haben wir heute ganz kurz einmal im Stream angeschnitten. Das gefühlt, früher war ja alles besser, aber früher war halt auch der Hardware-Markt und die Software, die es dann dafür gab, halt so klein im Vergleich zu heute. Und da gab es in Anführungszeichen immer noch sehr große, aber überschaubare Anzahl an Computersystemen, auf denen das ganze Ding laufen musste. Und dann guck dich mal heute um. Du kannst ja nicht mal den asiatischen Markt überblicken, was es alles an Anbietern gibt. So, da wird es ja schon schwierig. Und wie du schon sagst, dann gibt ein Hersteller, gibt quasi seine Vorgaben raus, was Hardware-Auslegung angeht. Also beispielsweise, wie weit muss der Arbeitsspeicher vom Kern weg sein, vom Chip weg sein, damit es, wenn ein Kühler drauf ist, der sich auch wieder an so eine Spezifikation halten muss, nicht interferiert, also dass er nicht im Weg ist. Und dann macht ein Hersteller, hält sich aber nicht da dran, weil er die Komponenten näher ran drücken will. Dafür gibt es dann wiederum Kühler, die dann halt das Ganze aussparen und so weiter. Und das ist nur das Hardware-Level. Da könnte man bestimmt, wenn man danach sucht, findet man bestimmt hunderte, wenn nicht sogar tausende Beispiele dafür, die da Probleme machen können. Und ich habe keine Ahnung von Coding. Ich weiß auch nicht, wie gut oder schlecht die Dokumentation von Microsoft ist. Aber wenn Microsoft an irgendeiner API oder an irgendeiner Schnittstelle irgendwas verändert, dann werden wahrscheinlich eine Menge Softwareentwickler kotzen, weil sie dann wieder irgendwelche Algorithmen oder Codings, also irgendwelche Codezeilen wieder ändern müssen, damit das damit wieder zusammen funktioniert. Und am Ende des Tages entsteht halt eine Menge Arbeit, die man vielleicht gar nicht von vornherein sieht, warum sowas gemacht wurde. Aber am Ende des Tages man versucht offensichtlich, wie du gerade schon gesagt hast, dass das Betriebssystem, die Software, auf möglichst allen PCs, die diesen Standard halten, lauffähig zu sein. Punkt. So, und Apple macht das eigentlich genau richtig. sie entwickeln jetzt ihre komplett eigene Hardware mit den M1-Chips und den M1-Max und so weiter und machen sich immer weiter unabhängig von den Standardkomponenten und machen ihre komplett eigenes Süppchen und können halt nur darauf spezifisch quasi programmieren und aufbauen. Dadurch läuft das ganze Ding viel effizienter, weil man nicht Rücksicht auf noch 20.000 Ausnahmen halt irgendwie nehmen muss. Ja, ein neues MacBook habe ich auch schon mal habe ich auch schon drauf Auge geworfen. Spekuliert. Du meinst, das MacBook, was jetzt oben eine Notch hat? Hat das eine Notch? Ja. Weiß ich nicht. Das ist, also ich weiß nicht, ob jedes MacBook jetzt das hat, aber es gab, es gab da den, du googlest jetzt, ne? Ja, ja. Es gibt da einen guten Clip, den kann ich dir gerne mal schicken. Den habe ich, glaube ich, oder guck mal bei mir bei Twitter, den habe ich heute, glaube ich, geretweetet heute Morgen. Also es gibt bei den, bei den MacBooks gibt es jetzt oben eine Notch, weil da die Webcam hinter ist und, naja, ich glaube, die Menschen, die die Software entwickelt haben sich darum noch nicht gekümmert. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche, irgendwelche Sachen zum Anklicken sind, die springen nicht etwa rüber oder wird die Schrift wieder kleiner. Nein, nein, die sind einfach dahinter. That's not good. Ja, dass es bei dem Kleinen ist, dass bei dem Großen nicht, bei dem Kleinen ist eine Notch drin, ja, damit du mehr Display hast. Und jetzt sitzen wir alle wieder da, jetzt sitzen wir alle wieder da, wie beim iPhone. Fuck, alles so scheiße, so ein Display will ich nicht. Und jetzt sitzen die meisten da mit Notch-Ding. Eigentlich ist die Notch ja ziemlich geil, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß, bei dem, bei dem, bei dem Mini, ja, ist die Notch richtige Scheiße. und das liegt nicht unbedingt an Apple, aber wenn, aber wenn die YouTube-App es halt irgendwie nicht, es geschissen bekommt, ihr Bild einfach ein bisschen weiter runter zu, also anfangen zu lassen, ja, dann ist das auch nach einem Jahr Scheiße. Ist so. Hä, du kannst, kannst du die YouTube-App nicht in 4 zu 3 machen lassen? Ja, Moment, I show you. Ich gucke, also ich gucke nicht über Notch. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber du, du, ich muss mal, wo habe ich eigentlich die YouTube-App? Ach da, ich benutze das nicht mehr als Daily Driver, deshalb ist das ein bisschen okay. Ähm, ich kann es dir nicht so richtig zeigen gerade, ähm, ist okay. Ich weiß nicht, ob man das so halbwegs erkennen kann, ja, aber da oben verschwindet halt echt eine Menge Content, wenn ich das im Hochformat laufen lasse, right? Äh, ja, right? Warte, ich glaube, das ist bei mir auch so, Moment. So, und wenn ich, wenn ich jetzt das Video natürlich im Querformat laufen lasse, dann, dann, dann haben wir natürlich kein Problem, ja, da, da, da müssen wir nicht drüber reden. So, und ich kann das natürlich auch noch aufpumpen und so weiter, auch kein, kein Thema, aber es ist halt, es ist halt nicht Bueno, ja? Nee, bei mir geht es unter der Notch los. Ja, das ist sicherlich ein Problem von der Mini, so, aber. Hast du keinen Software-Update gemacht? Klar lasse ich Software-Updates machen, was denkst du denn? Hast du keins gemacht? Natürlich, doch. Kann ich auch noch. Also, bei mir ist es unter der Notch. Aber du hast nicht das Mini? Nee, ich hab Max. Und auch, auch älter noch, also, äh, 11? 11, glaube ich, ja, Nach XS kam 11, 11, ja, 11. Ich denke, das betrifft nur die User, die, äh, die das Mini haben. Und weil der Markt da so klein ist, denkt sich dann YouTube so, ja, wie viele Leute werden wohl die YouTube-App regelmäßig auf diesem Gerät benutzen? Ja, das können wir mal irgendwann in der Mittagspause oder was mal zu Ende coden, das hat jetzt keine Priorität. Ja, das könnte ja auch von Apple kommen, äh, fix, die können doch die App dann runterdrücken, glaube ich, oder? Also, also, ich hab davon keine Ahnung, das ist jetzt nur so. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das Ganze so geht. Echt nicht. Aber du hast tatsächlich recht, die Kleinen, die haben eine Notch jetzt. Da bin ich ja mal gespannt, was Apple sich, also, da hat Apple mal wieder ein bisschen mehr Real Estate geschafft. Also, was ich gehört habe, ich bin ja kein Anwender dazu, war, dass die Notebooks jetzt allesamt mehr, äh, wieder mehr Ports haben, ne? Sei es HDMI, sei es, keine Ahnung, USB, wie auch immer. Ich, ne, bin ja nicht so drin als davor. Und dass, dass viele Apple-Menschen sich jetzt freuen, dass sie halt mit weniger Dongles und Hubs und so weiter rumrennen müssen. Ja, hab ich, also, du hast Kartenlesegeräte hast du wieder drin, äh, Thunderbolt, also, schon ganz gut, ja. Dann wurde hier auf diese, wie heißt diese Powerbar da oben, dieses Display, was du da hattest? Äh, Touchbar. Genau, die Touchbar, die ist ja auch komplett rausgeflogen. Ja, die haben jetzt, also, das, das, das MacBook per se ist jetzt wieder wie die, die ganz Alten. Ja. Das wollten ja die Leute immer, immer wieder haben, so, also, sie, sie wollten den Alten, der Alte war halt auch einfach der King, so. Die alte Tastatur war, äh, war der Shit, ähm, und auch das ganze Gehäuse war damals der Scheiß. Also der Neue, die, die Neuen, okay, Bild ausgegangen. Die Neuen, äh, die Neuen Bücklinger sind schon sehr, sehr geil auf jeden Fall. Die fühle ich auch, also, hab schon überlegt, ob ich mir eins, eins hole, weil meins ist jetzt auch schon fünf Jahre alt, glaube ich. Hm? Ich bin da raus. Ich bin da raus. Was die, was die bestimmt gemacht haben, das war super witzig, äh, warte mal, kann ich das zeigen? Nee, kann ich nicht. Äh, das MacBook hat an der, äh, das MacBook hat beim, ähm, an der, sag schnell, an der Touch Bar, hat das unten so einen kleinen Eingriff gehabt, dass du aufklappen kannst. Weißt du, was ich meine? Das war früher so gemacht, dass da ein iPhone reingepasst hat. Das haben sie jetzt aber weggemacht, das haben sie weggemacht und jetzt ist es, glaube ich, wieder da an den Neuen. Das heißt, du kannst dein iPhone da reinschieben, sozusagen, und das Licht quasi ist ein kleines Gemick, aber super fancy. Habe ich letztes auch erst rausgefunden. Jetzt für mich kein Grund, extra diese beiden Geräte zu kaufen, aber ja. Nein, das ist kein Grund, aber es ist ein nettes Gimmick so. Oder ein Easter Egg, sagen wir mal Easter Egg. Absolut, ja. Nein. Und irgendwann bringt ein YouTuber so dieses Easter Egg raus, woher ging, wo ist das hier eigentlich, dass man das hier aufklappen kann, und da kann man ein iPhone reinstellen. Ist so. Ist so. Ja, finde ich gut. Aber die sind ganz schön teuer. Ich glaube, 2,7 kostet, 2,4 kostet die Standardvariante vom neuen. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt noch keinen Bock drauf. Es kommt halt darauf an, was du damit machen kannst und ob du das nutzen kannst. Also da ist so potente Hardware drin. Wie gesagt, wenn du die Anwendung dafür hast, also wenn es nur darum geht, es zu haben, ist es zu teuer. Nö, naja, was heißt haben? Früher habe ich das halt für unterwegs genommen, aber ich bin ja auch selten noch unterwegs, deswegen sträube ich mich auch ein bisschen davor noch. Und ich glaube, so als kompletter iMac-Ersatz ist das auch nicht so geil, weil da fehlt dann halt so ein bisschen der Juice noch so zum Fotos bearbeiten und so. Das habe ich ganz am Anfang habe ich das auch gemacht, aber das stößt so sehr schnell an deine Grenzen. Aber das liegt halt auch wieder daran, dass ich glaube, Adobe mittlerweile auch nicht mehr so der Kracher ist, was ihre Software angeht und die da auch gut Probleme haben. Ich wünsche mir, Apple hätte was Hauseigenes davon. Das wäre schön. Das wäre echt schön. Hauseigene Bildbearbeitungs- und Grading-Software Ja, ich würde mich echt freuen, wenn die Adobe einfach aufkaufen würden, aber ich glaube, das ist nicht möglich, weil also das wäre, also gerade was so Arbeiten angeht mit Adobe macht das schon auf Mac schon sehr viel Spaß. Also ich finde Windows dagegen echt unangenehm. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist so dieses Handling und Feeling von der ganzen Software. Das wäre halt echt geil, wenn Apple jetzt sagt, mach doch scheiße, wir kaufen jetzt Adobe auf und dann machen wir das bei uns, dass das läuft. Weil Final Cut ist einfach, also wirklich, Final Cut ist insane. Also das, was die da gebastelt haben, das ist, kannst du ja auf dem allerletzten Krüppel-PC, kannst du halt einfach irgendwie von der Red-Kamera editieren drauf, weil Final Cut einfach crazy ist. Das ist richtig gut. Also für alle, die es nicht kennen, Final Cut ist ein Movie-Editor, also sprich, du kannst dann wieder Videos schneiden. Genau. Von der Hauseigenen von Apple. Das ist halt auch der, also früher war es zumindest so, heute nicht mehr unbedingt, aber das war damals ein Grund, warum viele Leute Mac gekauft haben. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein anderes Tool für Musik. Das gibt es auch nur auf dem Mac, aber da fällt mir der Name nicht ein. Deswegen ist Mac halt, oder deswegen ist iOS oder Mac per se oder Apple an sich ja so auch populär im Arbeitsmarkt. Wobei da auch mittlerweile echt auf viele auf Windows, Logic war es genau, dankeschön, viele Leute steigen ja auch wieder auf Windows um. Aber Windows ist einfach, also Windows wird immer besser, aber Windows ist einfach nicht Mac OS so zum Arbeiten. Es ist einfach nicht dasselbe. Weißt, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Trotzdem, in meinem Anwendungsfall hat es da keine Relevanz. Wirklich nicht. Ja. Also bei mir ist es auch wirklich, bei mir hat es nur Relevanz gefunden, weil ich halt alles von meinen, weil ich alles von meinem Gaming-PC und meinem Streaming-PC weggemacht habe. Deswegen habe ich mir damals halt auch mein MacBook gekauft. Ich habe hier nirgendwo mehr Passwort-Container drauf und keine extra Software, sondern habe alles wirklich von den Computern runtergenommen und das aufs MacBook gepackt, damit ich wirklich, da habe ich meine Ruhe, da ist dann alles safe. Nichts kann im Stream gezeigt werden und so weiter. Und ich habe das echt lieben gelernt. Also am Anfang war ich auch so, ich weiß nicht so. Und wie. Ja, genau. Ah, fuck, ich sitze doch gerade in einem PC, da kann ich das nochmal aufmachen. Ach, geht ja gar nicht. Und dann so diese Ordnerstrukturen und Windows immer reinklicken und reinklicken und reinklicken und dann gehst du an deinen, also das war für mich so, das war ja da, ich erinnere mich noch daran, als wenn es gestern gewesen ist. Ich machte den Finder auf und ging auf meinen, Entschuldigung, Apple-Fanboy, könnt ihr jetzt wieder sagen. Ich machte den Finder auf, das ist übrigens der Explorer auf dem Mac und ich bin auf mein NAS gegangen und ich habe halt übelst kranke Ordnerstrukturen, was Fotos angeht. Also Monat, Tag, alles dann so durch. Und dann habe ich den einen Tag habe ich was gesucht und ich klickte alle Ordner auf. Und dann war ich schon so, geil, man kann ja alles so untereinander aufklappen. Und du kannst mit den Pfeiltasten durchgehen und dann kannst du Space drücken und du kriegst eine Vorschau. Einfach eine Bildvorschau und dann klickst du da so durch. Und dann machte ich den zu und dann habe ich mir so, nein, fuck, ich muss ja in den selben Ordner nochmal rein. Mach dir den Finder auf, geh an den selben Ort und alle Ordner waren auf. Und ich so, was ist das denn, Alter? Und also bei Mac ist es halt so, dass der alles speichert in dem Zustand, in dem du vorher warst. Und das ist einfach zum Arbeiten so geil. Also gerade wenn du Rechnungen schreibst oder so, du hast die Ordner halt immer offen. Also du brauchst bloß da reingehen, klick, klick und das ist immer in dem Zustand, wie es vorher hat. Und deswegen mag ich das persönlich halt lieber zum Arbeiten als Windows. Windows Explorer. Ja, verstehe. Verstehe. Aber dass dafür Leute keine Anwendungsstracker haben, verstehe ich. Also ich meine, du kannst die ganzen Sachen auch an Dings machen. Am Windows PC. Das geht auch. Oder Linux. Ich weiß gar nicht, ob das bei Linux geht. Aber ich hatte das, das weiß ich noch. Ich hab mir, ich hab mir für 1400 Euro ein MSI MacBook, nee, ein Laptop gekauft. Das weiß ich noch. Da war eine 1070 drin und ein richtig dicker, ein richtig dicker i7. HQ logischerweise. Und dann nehm ich mir so, boah, sie haben richtig potenten Recher gekauft, joa. Hab Windows drauf gemacht, hab, ähm, äh, äh, Dings installiert, Adobe, Alter, und die Kiste, die ist nicht aus dem Arsch gekommen, ne? Ey, das Touchpad war einfach, ach, ach, es war so eine Vollkatastrophe. Und dann sagte irgendwann jemand, du Dizzy, versuch doch mal Linux zu installieren. Weil das Ding hatte dann am Ende gar keinen, also ich hab ihn irgendwann an meinen Mod verkauft, er kann, für ein Apple und ein Ei, und ich hatte, äh, hab dann, das installiert, boah, ne. Ey, also ich weiß es mittlerweile nicht, äh, wie so Touchpads auf anderen Geräten geworden sind. Ich, also ich, ich hab gerade keinen haptischen Vergleich dazu. Ey, aber das war so eine Katastrophe, und dann hat das mit Linux alles nicht funktioniert, und ich wollte einfach nur einen Computer haben, der nicht so langsam ist, wie er ist, um Sachen dran zu machen. Also nicht, also halt, um auch mal Videos draufzuschneiden. Es funktioniert halt einfach gar nichts auf dem Ding. Nichts. Also, erstmal finde ich es natürlich gut, dass du dein, dass du dein Gerät gefunden hast, oder deine Klasse da so gefunden hast. Und, ich glaube, Notebooks kaufen, Laptops kaufen unter Windows, ja, das, das ist halt so eine ewige Suche, ne. Da kann auch vom namhaften Hersteller mal was dabei sein, was absolut nicht gut funktioniert für deinen Anwendungsfall, ob das das Touchpattern ist, oder die Tastatur, oder weißt du ja gar was. Und, ja. Also, ich bin mit meinem Gerät sehr zufrieden, mit meinem Laptop, den ich auch genau für, wie du auch, für so den Bürokram halt benutze. Und den halte ich hier aus diesem Umfeld auch raus. Ja, also, das ist bei mir alles dann, wie ich vorhin schon sagte, oben, dann halt quasi hingezogen. Und damit komme ich sehr, sehr gut klar. Da gebe ich mir auch Mühe, weil man leider ja den Akku nicht rausnehmen kann, dass ich den Akku nicht permanent lade und dass ich das Gerät auch immer nur im Akkumodus dann halt eben benutze, damit es halt möglichst lange halt auch durchhält. Und ich versuche den immer so irgendwo zwischen 20 und 60, 70 Prozent Akkulast Ladekapazität irgendwie zu halten. So, und der, für das, was ich damit machen will und ich schneide damit keine Videos, ist der sehr super. Aber lässt sich halt nicht vergleichen, weil wenn du, wenn du natürlich eine Kiste suchst, mit der du dann auch Bilder bearbeiten kannst und Videos schneidest so, da ist das natürlich dann raus. Na, ist klar. Was hast denn du für einen? Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nach oben gehen und gucken, was es genau für eine Kiste ist, aber der ist von, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Warte mal, warte Sekunde, ich kann es dir gleich ganz genau sagen. Nee, warte, 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 warte. Ach so, okay. Hast du ein großes Touchpad oder ein kleines? Vergleichsweise groß. Aber jetzt nicht vergleichbar mit dem auf den, auf den, auf den, auf den, das auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ich finde die so, die Touchpads sind so klein bei den, bei den, dieses Draufklicken früher immer noch oder bei den, was noch viel geiler ist, bei den, ähm, Lenovo, wo in der Mitte dieser rote Punkt ist, den man so benutzen konnte. Gibt es den heute eigentlich noch? Weißt du das jemand? Ja, das gibt es noch, weil, weil das ist so, weil das ist so das Ding von Lenovo. Weißt du, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal damals von, von Dingens gewesen. Ja. So, ich habe, ich habe einen Asus Notebook und den habe ich damals aus verschiedenen Gründen geholt. Das ist ein 14 Zoll Gerät, ähm, mit einem Full HD Display. So, allein das wäre jetzt wahrscheinlich zum Schneiden nicht so das Ding, aber 14 Zoll, was willst du da noch größer mit reinmachen? Und, ähm, ich wollte unbedingt ein Gerät haben, das ich per USB-C laden kann, ähm, und ich wollte ein Gerät haben, mit dem ich auch über die Grafikkarte encoden kann. Also sprich für Streaming. Ja. So was in der Richtung. So, und, ähm, ich brauche jetzt kein großes Display, kein großes Business Notebook, das ich irgendwie 17 Zoll oder sowas irgendwie habe. Und mit dem komme ich echt gut klar. Es ist aus der Gaming-Serie, hier Rock Cypherus G14. Ähm, damit komme ich echt gut klar. Akkulaufzeit super. Wir müssen nicht drüber reden, dass die, ähm, dass die Apple-Geräte natürlich im Standpunkt Akkulaufzeit das Ding wahrscheinlich in die Tasche stecken werden, ohne Probleme. Hier geht es nicht um den Penisvergleich. Scheiße. Ja, ja, genau. Nee, aber, ähm, ich habe mit dem, mit dem Teil habe ich sogar schon mal von unterwegs gestreamt, ne, also den so eingerichtet, dass du den zusammengeklappt benutzen kannst, ähm, Elgato-Capture-Card dran, äh, Kamera dran und dann einfach per Wi-Fi in mein Hotspot vom Handy und, äh, das Ding hat das Encoding gemacht, also sozusagen wie so eine Art kleiner IRL-Backpack, ne, hat gut funktioniert, mit Ausnahme von dem Mobilfunk, ne, also das war natürlich dann die größte Katastrophe, das hat nicht gut geklappt. Ja, Münsterland ist halt schwierig, was die Netzabdeckung angeht. Ja, und hier ist halt ein Ryzen 5 drin, 4600Hs, ich weiß gar nicht, wann ich das Teil gekauft habe, müsste ich nochmal nachgucken. Krass. Und, und eine GeForce GTX 1650, also das wäre jetzt zum Spielen, ja, wenn man damit unbedingt spielen will, so ein paar Kleinigkeiten kann man damit machen, aber zum, zum richtig, äh, reindippen, sag ich jetzt mal, macht das wohl kaum Sinn, ne? Ja gut, aber, ich sag mal, auf dem Laptop spielen ist eh nicht so, klug, glaube ich. Ach, es gibt eine Menge Leute, die spielen über das Laptop, gar keine Frage und, also, also ich, ich kann, ich kann, ich kann das, kann das auch nicht nachvollziehen, weil, weil ich nicht, ne, ich, ich bin nicht Generation Handy, ich zocke nicht permanent mit meinem Handy oder ich hab, spiele in meinem Urlaub vielleicht ab und zu mal, dass ich im Flugzeug so mal so irgendwie, mal so ein paar Games oder sowas zocke, aber ansonsten, ich spiele nicht auf meinem Handy, ich, äh, spiele nicht auf Konsolen, nur ab und zu ganz, ganz selten mal irgendwie, wenn, wenn da mal irgendein, also es ist die letzten Jahre kein einziges Spiel rausgekommen, was ich unbedingt auf der Konsole spielen wollte und, äh, deshalb auf dem, auf dem Laptop spielen, das ist dann so, warum sollte ich das tun? Ich hab hier unten mehrere Killermaschinen stehen, so, warum, warum sollte ich jetzt unbedingt der Meinung sein, ich muss unterwegs einen Laptop zum Spielen haben, das kommt eh nicht vor, ich bin eh nie unterwegs. Ich, ich finde auch, Gaming Laptop ist so ein, Widerspruch? Ja, weil da, die, da ist halt nicht viel Potent drin, mit abgeschnittenen HQ und Grafik und so. Es ist schon, es ist schon echt gewaltig geworden, was da mittlerweile machen ist, ja, ja. Wollte ich gerade sagen, also ich meine, du kriegst ja auch solche, äh, Totschläger-Dinger, wo 2, 10, 80 TI drin sind und so, ne? Aber ich sag mal, 30, 80. 30, 80, Entschuldigung, früher war es halt 10, 80. Ähm, aber am Ende des Tages so, wissen wir alle, da ist halt nicht unbedingt ultrakrasse Kühlung drin, das heißt, der ist nicht so voll potent, wie er eigentlich potent sein sollte. Also, kann man machen, ist jetzt aber auch nicht so der Burner, nur weil da Gaming dran steht, also League of Legends läuft auch auf dem Telefon. Ich hab, vor kurzem mal so ein, äh, was heißt vor kurzem, vor ein paar Monaten mal ein Video gesehen von dem Bauer, der eine, äh, Laptop-Kühlung auf Wasserkühlung umgebaut hat. Die haben sich aus, ähm, ich glaube, Alu ist es gewesen, auf jeden Fall mit einem Metall-3D-Drucker, haben die, haben die, äh, quasi die Kühlkomponenten nachgedruckt, und zwar so, dass sie sich halt mit Wasser kühlen können. Was? was soll ich sagen, natürlich lief das Ding deutlich schneller, ne, aber, aber der Aufwand halt, weißt du, ja, Moment, ich baue mal eben meinen Computer auf, und hier noch die Wasserkühlung dran. Ja, aber es geht, es geht. Aber ich weiß gar nicht, was aus dem Projekt geworden ist, müsste ich mir nochmal angucken. Es gibt bestimmt ein Follow-Up-Video dazu. Ja, es gibt schon krasse Leute, ne? Ja. Ein 3D-Drucker, der, der dir einen selbst designten, ist dein 3D-Modell, dass du dann auf deine Komponenten deines Laptops einbaust, den er, ja, genau, mein Chat sagt gerade, der lief auch mit Luft, das stimmt, ja, klar, keine Frage, abgesehen davon, dass natürlich auch diese gesamte Kühlkonstruktion natürlich auch eine gewisse Wärmeabfuhrleistung halt irgendwie gebracht hat, aber er ist schon krass. Also ich finde, ich bewundere sowas, der Bauer hat es aber sowieso nicht meine. Ja, ich habe mir da so einen Traum erfüllt, ich habe mir da so eine CNC-Fräse hingestellt, einfach, naja, weil ich es wollte und die muss auch gar nicht ausgelastet sein, das ist schon okay. Eine fucking CNC-Fräse für sechsstellig, ja, kann man machen. Für sechsstellig? Die hat über 100k gekostet, ja. Nicht so ein kleines Teil, nein, nein, nein. Okay, läuft, nicht schlecht. YouTube-Bunny-Regel sagt man so schön. Ja, ich glaube, Roman ist ganz gut aufgestellt, wenn es um Geldverdienen geht, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe verfolgt das nicht groß. Ja. Ja, 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 ja. Ja, wir haben uns irgendwie gerade ein bisschen verzettelt in diesen Themen, ne? Finde ich gut. Wie, in welchen Themen? Windows-Updates? Update, Windows-Update, alles scheiße, bla bla bla, Macintosh, die, das. Hey, alles gut. Wow, das mit dem Scheiße, ey, das mit dem Scheiße, jetzt auch mal ganz ruhig, Brauner. Jetzt machen wir, jetzt machen wir aber, jetzt, heißen wir den Käse, ich habe doch auf hier. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel, was Menschen gerne hören wollen und was sie dann am Ende wiedergeben, so. Was? Dizzy macht gar keine Updates? Was für ein Hurensohn? Das ist ja der Schlimmste, wie kann der denn im Internet überleben? Und man hat eigentlich im Grunde genommen was ganz anderes gesagt. Ich liebe das. Gerade als Schümer ist das immer eine sehr schöne Sache, die man gerne beobachtet. Was machst du? Nur ein bisschen die Lautstärke angepasst. Ach so. Entschuldigung, war ich zu laut? Nee, alles gut. Das gerade in solchen Gesprächen ist das immer ganz witzig, weil im ersten Satz hört schon keiner mehr zu. Wenn du sagst, ich mache keine Updates und dann kommt der Nebensatz und der Nebensatz wird gar nicht mehr gehört, und die Leute hacken dir schon das Gesicht ein. Witzig. Finde ich gut. Ich weiß, dass du das gerade als Spaß meintest. I know. Das sind diese verdammten Apple-Jünger. Ja. Nein, am Ende des Tages ist mir das relativ scheißegal, ob ich noch PC... Entschuldigung. Wusstest du eigentlich, dass das iPhone für viel zu teuer Geld verkauft wurde? Wie kannst du diese Produkte überhaupt kaufen, du Arsch? Hm. Erzähl du jetzt. Entschuldigung. Ich wollte nur den netten Herren von letztes Mal noch kurz... Ja. Und raus ist der Faden. Verdammt. Verzeihung. Kein Problem. Es ging um keine wichtigen Sachen. Absolut nicht. Bist du eigentlich im Klemmbaustein-Game drin? Ich kann dir mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen, dass ich nicht im Klemmbaustein-Game drin bin. Okay, cool. Ich gucke ab und zu so ein bisschen die Videos vom Held der Steine. Sehr selten. Ich fand, also aus Beobachtersperspektive fand ich es sehr, sehr schade, wie Lego sich gegenüber ihm und auch diversen anderen Händlern und anderen Menschen, die da mit Herzblut drinstecken, rangeht und denen das Leben schwer macht. Ich kann irgendwo nachvollziehen, warum Lego das macht. Im Grunde geht es darum, dass eben, es soll kein Gattungsbegriff werden, weil ansonsten könnte dann ein paar Jahre später jeder das Wort Lego benutzen beziehungsweise diese Marke benutzen. Aber die Vorgehensweise, was Lego da macht, ist halt einfach nur unterirdisch. So, und das sind auch schon meine zwei Cent, die ich dazu sagen kann. Das ist auch ein wildes Game, muss ich sagen. Also, da gibt es auch krierische Auseinandersetzungen. Also, ich habe ja jetzt einen gebaut dahinten. Ich weiß nicht, ob du den sehen kannst, den weißen da. Soll ich ihn dir holen? Ja, bitte. Er holt mir jetzt seinen weißen. Wir gucken uns den mal an. Ich werde sogar OBS groß machen, damit ich das schön sehe. Ach so, ja. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe den Zusammenhang. Ja, schön. Schön. Aber der steht doch nicht im Bild, oder, Chat? Oder ich habe, oder ich habe das Bild von Dizzy so beschnitten, dass im Originalbild es zu sehen wäre, weil das ungefähr bis hier geht, bis hier so, aber, aber ich habe das, eventuell habe ich dein Bild ein bisschen beschnitten, damit du etwas größer dargestellt wirst. Kann es, also in deinem Originalbild würde man es noch sehen, ja? Ja, ich stehe auf dem Fensterbrett. Nee, also dein Bild endet hier bei, die Katzenkratztonne sieht man noch. Ja, der steht da noch ein Stück weiter. Okay, alles klar. Aber ist das Lego, oder ist das irgendeine andere? Nee, das ist Kada jetzt. Das ist Kada. Ach so. Da hat es bestimmt ein bisschen Kritik für gegeben, oder? Nee, nee, gar nicht. Es ist einfach nur crazy, wie Menschen auch in diesem Thema jetzt so, also bei mir kam das auch vor, kaufst du jetzt, also es kam halt auch mal eine Frage, kaufst du jetzt kein Lego mehr und, oder nur noch das. Und es ist wirklich unfassbar verrückt, wie auch umfassend dieses Thema mittlerweile, wie umfassend dieses Thema mittlerweile geworden ist. Und da geht es dann schon um Farbtreue von Steinchen und nicht genügend Dichte von Steinchen, dass das hält quasi. Das ist richtig up his face. Und du denkst dir als Laie so, du machst das auf und denkst dir so, geil, Steine, Junge, lass mal bauen. Und dann erzählen Leute, naja, das ist aber so nicht so farbtreu und da hätte vielleicht auch noch einer mehr drin sein können. Und du steht, also ich war echt perplex, wie umfangreich dieses Thema mittlerweile geworden ist. Und wie viel Klemmbaustein Hersteller es gibt. Also, wenn du damit irgendwann mal anfängst, Mager, du wirst dich wundern, wie viel Klemmbaustein Hersteller es gibt. Und wie günstig die Scheiße geworden ist. Was schätzt du, was hat der gekostet? Ja. Aber das ist jetzt nicht Lego. Also wenn der von Lego wäre, hätte ich gesagt, irgendwo 150 Euro aufwärts. Locker, eher so 200. Und wenn der jetzt nicht von Lego ist, sondern von einer anderen Marke, würde ich schätzen, 70 Tacken? 50 Euro. Guter Kurs. Also, und das ist auch genau das Ding. Als ich die letzten Jahre immer gesehen habe, wie teurer Lego geworden ist, weißt du, für das Ding wollen sie 200, für das Ding wollen sie 400, für das Ding wollen sie, ja, das ist eine Limited Edition, da musst du schon Glück haben, dass du einen Händler findest, der dir die noch für 1000 verkauft. Da bin ich raus. Das gebe ich dafür nicht aus. Das würde ich niemals dafür ausgeben. Ich habe als kleiner Dotz habe ich auch eine Körberkiste, zwei Körberkisten voll mit Lego-Scheiße gehabt, mit Steinchen und so. Und das war alles Original-Lego aus den 70ern, 80ern, schon von meinem Onkel irgendwie durchgespielt und zweimal durchgebrochen und zweimal mit Patex wieder zusammengeklebt. Ja, ist so. Und da gab es noch eine Kiste mit Fischer-Price, ich weiß nicht, ob du die Marke noch kennst. Aber so Kleinkind-Zeug wie Duplo, das hatte ich nie. Kleinkind-Zeug. Ja, Entschuldigung. Ich teile diese Faszination nicht, weil ich damit früher nicht in Verbindung gekommen bin. Und auch Lego-Technik, da waren auch so mal ganz kleine Sachen aus Lego-Technik dabei. Und dann denkst du dir als Kind so, ja, Lego-Technik würde ich mir auch mal wünschen. Dann sagt deine Familie dir so, ja, pass mal auf, Lego-Technik, das ist ein bisschen außerhalb deines Budgets für den Geburtstag, weißt du? Wir haben da schon was anderes für dich. Und dann kriegst du einfach so mit, was so ein Lego-Technik-Scheiß früher schon gekostet hat. Mit diesen kleinen Hydraulik-Schläuchen und dem ganzen Mist so, ne? Schon abgefahren. Schon sehr abgefahren. Ja, nee, äh, krass. 50 Euro. Sick. Das ist crazy. Ich wollte nur sagen, als ich gesehen habe, wie teuer der ganze Kram von Original-Lego geworden ist, da war ich schon nicht interessiert. Und dann noch so diese typischen Cross-Selling-Overschneidungen, so, ja, wir machen jetzt was mit Star Wars, wir machen was mit Harry Potter, wir machen was mit bla bla bla. Na, da wollen ja alle dran verdienen und Lego ist schon teuer und dann kommt da noch die Marke obendrauf und dann wird's ja, weißt du? Och, fuck. Ich hab für den Batman-Tumbler hab ich 370 Euro bezahlt. 370 Euro hab ich für den bezahlt. Ich kriege jetzt, nächste Woche, ein Auto, das hat dieselben Teile und ist größer, also dieselbe Menge an Teile, ist größer und hat mich 160 gekostet. Ja, moin. Und Menschen reden von Farbtreue. Ich rede von, hä? Von Geld. Ja, aber pass auf, wenn ich dich jetzt so angucke mit deiner Cap, ne, beispielsweise, und die Cap ist jetzt abgestimmt auf hier die Farbe, die du an den Armen trägst, richtig? Und die passt, also so wie ich das mit der Kamera beurteilen würde, würde ich sagen, ja, das ist ein anderes Material. So 100% passt sie. Aber die Farbe ist die gleiche, ne? Ja. Wenn jetzt dein Anbieter für die Cap mit einer anderen Farbe rum die Ecke kommen würden und sagen, ja, das passt genau dazu, dann würdest du auch sagen, nee, das passt nicht. Das passt nicht, Digga. Doch, na klar. Ja, wenn es nicht passen würde, dann würdest du auch sagen, hier, das passt nicht. Wie du meinst, wenn das nicht mit dem, mit dem zusammenfällt. Richtig, genau, genau, genau. Ja, aber dann, ja, ja, hä? Ja, und genau das Gleiche machen doch die Fanboys dann auch, die dann sagen so, ja, guck mal, ja, guck mal, da sieht man ganz klar, hier ist es noch die Originalfarbe und hier haben wir doch da natürlich ein bisschen, äh, das... Lego ist jetzt aktuell, Lego ist, glaube ich, aktuell so im Internet der Teufel. Ja, da haben wir es aber auch lange für gearbeitet. sie haben nicht mehr so viele Fanboys jetzt, glaube ich. Aber sie machen trotzdem den Umsatz, weil die Leute, die sich im Internet auskotzen, sind nicht zu einem großen Teil nicht die... Vocal Minority. Ja. Ja, also aktuell ist Lego der Teufel, ja. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ich stecke da gar nicht drinnen. Ich finde das... Ich habe letztens eine witzige Story gehört, ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber Lego macht das jetzt wohl so, dass sie, äh, Container, äh, also, äh, Container, die, äh, verschifft werden, irgendwie aufhalten mit irgendwelchen Tricks, weil sie sagen, dass das, äh, dass das von ihnen ist. Ich finde das ein bisschen witzig. Ich muss nicht sagen. Aufkopien, ja, ja. Ich muss nicht. Ganz ehrlich, die Welt ist einfach so kaputt, Alter, dass die überhaupt irgendwie so Container aufhalten können mit so einem Scheiß und dann haben die anderen Lieferprobleme damit Lego Sachen verkauft. Da musst du dir mal überlegen, Alter. Würde ich das mal. Also, das tut mir, das tut mir wirklich, wirklich leid für, für die, ähm, für die anderen Hersteller, die, äh, also, pass auf, ich unterscheide zwischen, zwischen, sagen wir mal jetzt, drei Sachen in diesem Fall, ja. Es gibt Lego, die halten die Marke Lego, die sind seit Ewigkeiten dabei und der grobe Kerl, also der, ich glaube, dass bei Lego nicht nur Leute arbeiten, die es anderen Leuten schwer machen wollen, sondern die, die, die haben Bock auf das Zeug, die haben Bock da drauf, so, ne. Dann gibt es aber auch noch Leute, die Geschäftsführung machen und bla, 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 und das wird ein Riesenhaufen Klumpatsch und man, da ist es halt eine große, alte Firma, die existieren möchte und auch weiterhin existieren möchte. Und dann gibt es natürlich irgendwelche anderen Firmen, die vielleicht manchmal aus dem asiatischen Raum kommen und sowas, die kopieren einfach alles weg und verkaufen das für, für, für ein ablohnten Ei und machen damit immer noch einen riesengroßen, äh, Schein, weil sich es halt einfach für die lohnt, ja. Das, die, die Raubkopierer, so, ne. Und dann gibt es halt Firmen, die sich an Copyrights halten, nichts falsch machen und die kriegen einen an Sack, weil, weil Lego der Meinung ist so, ja, wir wissen, welche Seekontainer das sind, die lassen wir vom Zoll erstmal aufhalten, weil wir sagen einfach, da sind Raubkopien drin, dann müssen die nämlich erstmal beweisen, dass, dass der Scheiß mit uns gar nichts zu tun hat und, äh, die werden wochenlang festgehalten. So, das finde ich eine unfassbare Frechheit. Also, da kickt bei mir so automatisch so dieses, so dieser, so dieser Hass rein, wirklich. So dieser, so dieser, so dieser Anti-Lego-Hass dann. Also, dann baut sich bei mir automatisch so dieser, dieser, no, nie mehr CDU, du weißt, was ich meine. Die Mercedes-U. Ey, das ist halt, also, das ist halt schon so abstrus, dass das überhaupt gehen kann so. Also, dass jemand die Macht hat, einen Container quasi so aufzuhalten. Das ist, das Ding ist halt, weißt du, Lego könnte über 10.000 Ecken selber Raubkopien herstellen lassen, um das machen zu können. Ey, und weißt du, was das, weißt du, was das Verrückte daran ist? Ich setze kurz meinen Aluhut auf, die Scheiße werden sie wahrscheinlich selber auch noch so machen, weil das für sie günstiger ist als alles andere. Das musst du dir mal überlegen. Dann legst du, lass doch mal nur eine Packung drin sein. Ja. Das ist so, das ist so abstrus. Das ist wirklich so abstrus. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Bei dem Held der Steine, wenn ich das richtig im Augen, noch im richtigen Kopf habe, ging es doch darum, dass er in seinem Logo hält, der Steine, hat man halt eben so diese, von dem Klemmbaustein diese Noppen gesehen. So, und das war doch einer der Hauptargumente, weshalb Lego der Meinung war, er darf dieses Logo nicht mehr behalten und benutzen und dass er da abgemahnt wurde. Und dann hat er sich in Videos versprochen, dann hat er zu einem anderen, zu einem Set, das nichts mit Lego zu tun hat, hat er gesagt, ja, Lego Steine und dann wurden Videos, deshalb musst du löschen und neu aufnehmen. So, ne? Und ja, man kann so kleinkariert sein, aber wenn du die Marke hast und das durchsetzen kannst, bist du im Recht. Ob das ethisch cool ist oder ob man sagen würde, so, Lego hat sie nicht mehr alle und die versauen dir nur dein Geschäft und natürlich auch die Zusammenarbeit mit dir, ja, schwierig. Aber Lego kann auf einen einzelnen Händler und auf ein paar andere Händler auch scheißen, das ist denen egal. Die Leute, die ins Geschäft rennen und sich zu Weihnachten halt die ganzen Regale leer kaufen, die sehen diese Videos nicht und die wird das auch nicht interessieren. Die wollen ein Geschenk für ihre Dötze haben oder für wen auch immer. Ja. Da passiert nichts. Ne, das habe ich auch versucht, den Menschen immer zu erklären, die zu dem Zeitpunkt dann kamen. Also für uns jetzt hier im Internet ist das vielleicht von Relevanz, aber in der großen, weiten Welt ist Lego einfach fucking Lego. Ist halt einfach Lego. Lego ist platzisch und wird wahrscheinlich auch immer platzisch sein, weil bevor da draußen in der Welt irgendwer mitkriegt, dass Lego Container blockiert mit deinem 50-Euro-Set, was du zu Weihnachten haben könntest für den kleinen Timothy, ähm, das dauert sehr lange. Ja, wirst du dich wahrscheinlich nur hinstellen und sagen so, ja, wenn Lego das auffällt, dann haben die bestimmten Grund gehabt. Ja, haben sie. Sie wollen halt Geld verdienen. Genau, das ist dann der, das ist dann der, der, das ist Beate, Mutter von Timothy. Naja, also ganz ehrlich, wenn Lego sowas macht, die sind ja schon sehr lange da, die wissen schon, was sie machen. Das hat dann bestimmt schon seinen Grund. Ja, genau. So, die gute Beate. Das ist ein, kann sich noch erinnern, als wir, als wir damals, äh, hierher gekommen sind und uns mit Menschen unterhalten haben, dass, ähm, dass der Computer, äh, dass es eigentlich gar keinen Computer Master Race gibt, weil es einfach, weil Konsolen einfach so fucking hart verbreitet sind, dass der PC-Anteil bei Computerspielen einfach so marginal und irrelevant ist. selbst, selbst, selbst Handys, also Handy-Games sind mittlerweile populärer als der PC Master Race. Die, die, also abgesehen von dem Begriff, also, eklhaft, aber egal, ähm, abgesehen von, also Handy, Handy macht halt so den, den Riesenteil aus, dann gibt's noch einen weiteren, sehr großen, aber immer noch verschwindet einen geringeren, kleineren Teil aus, das sind Konsolen und dann kommt irgendwo so das PC-Gaming, weißt du? Ja. Ja. Und ich hab früher, ich hab früher dachte ich immer, alter, PC ist doch, alter, jeder hat doch einen Computer. Also die Gamer, da sind doch fast alle Computerspieler. Und dann hat mir irgendwann mal einer eine Statistik geschickt und ich so, oh. Oha. Und dann kam, ja, später die Statistik, wie viel Umsatz auf welchen Plattformen gemacht wurde und da ist halt einfach mal Handy. Handy einfach mal so, keine Ahnung, 80% von allem oder 90% sogar, ja, keine Ahnung. Und dann kommt immer noch der sehr große Konsolenmarkt und dann so, ja, und PC haben wir auch Geld verdient. Das ist halt, das ist halt so geil, wenn die, wenn die, also Gaming ist ja mittlerweile eine der größten Industrien. Können wir uns beim Handy-Gaming bedanken, by the way. Können wir uns beim Handy-Gaming bedanken, weil das ist einfach so insane und riesig, weswegen ja auch jeder so ein Handy-Game macht aktuell. Das ist einfach crazy. Ich hab vor ein paar Jahren, als ich noch meinen YouTube-Kanal aktiv betrieben habe, so mit Battlefield und so weiter, da hab ich, ja, ist schon ein paar Jahre her jetzt, da hab ich mich irgendwann mal hingesetzt, hab geguckt und dann hab, also da, das ist ganz doof, genau, also nicht doof, es ist so, also pass auf, ich fang vorne an. Ich fang, in meinem Kopf hab ich schon wieder die ganze Geschichte dreimal erzählt. Okay. Und ich fang in der Mitte nicht an. Also, ich krieg einen Link geschickt von jemandem, der mir ein Gameplay-Video zu, zu einem, zu einem, Handy-Game schickt, also Gameplay, das auf dem Handy aufgenommen wurde und unkommentiert hochgeladen wurde. So, und ich hab natürlich keinen Kontext dazu. Ich weiß nicht, ist das ein Spiel, auf das alle Leute gewartet haben, ist es das einzige Video, das es auf dem ganzen Planeten von diesem Spiel gibt oder so, aber es hatte halt ein paar Millionen Aufrufe und ich dachte so, Alter, ein paar Millionen Aufrufe, unkommentiert, nur Gameplay, Funktioniert also in jeder Sprache, weil jeder nach diesen Handy-Games halt irgendwie sucht, wow, ja, irgendwie musst du neben den Battlefield-Videos auch noch, auch noch quasi Content aufnehmen, dass du mal so dieses Handy-Game so ein bisschen reinschnupperst, mal so in dieses Gaming mal gucken. Vielleicht macht dir das ja auch Spaß. Und dann hatte ich mehr Spaß daran, mir zu überlegen, wie kann man eigentlich über das Gameplay aufnehmen, weißt du, wie macht man das so, als dass ich das wirklich aktiv verfolgt hätte und naja, wie es ist, wie es ist, man hatte dann wenig Zeit, ich hab meinen normalen Job gehabt, ich hab YouTube gemacht und dann wollte ich nicht noch irgendwie so Handy-Zeug halt irgendwie machen, aber die Idee war zumindest mal irgendwann zwischendurch mal da, dass man in dem Bereich was macht. Aber zugegeben, ein erfolgreicher YouTube-Channel, der entsteht nicht, weil du jetzt einer von, weiß ich wie vielen Leuten bist, der es irgendwie ein bisschen besser macht, Videos zu Handyspielen oder sowas zu machen und das ist genau wie jedes andere Ding auch, ob es Racing ist, ob es Shooter sind oder weißt du, egal was, das ist so abhängig von Geschmäckern und von Tendenzen und von einfach von Hypes und von Leuten, die gerade im Hype sind oder nicht im Hype sind, da kannst du nicht mal eben hingehen und sagen, ich mach das jetzt besser als alle anderen. Du kannst es probieren und jeder sollte das auch probieren, wenn man da Spaß dran hat, aber das ist halt immer noch ein super Glücksgriff, wenn du es schaffst, irgendwie da regelmäßig da in Treffer zu landen. Zum Beispiel, du kennst auch bestimmt den Reggie, der jetzt noch bei Razer arbeitet. Und ist auch egal, der hat früher auf seinem YouTube-Channel unkommentiertes Gameplay hochgeladen. Wenn neue Spiele rauskamen, Shooter hauptsächlich, dann hat er gespielt und hat seine richtig guten Runden da hochgeladen. Und aus welchem Grund auch immer haben ihn teilweise internationale Blogs und Webseiten haben sein Gameplay in ihre Artikel mit aufgenommen, weil er halt auch sehr, sehr schnell dabei war und kein Gelaber dabei war, keine Fremdwerbung und so, das Übliche halt, dass er alleine dadurch schon wahrscheinlich auch einen ziemlichen Push mit den Klicks halt irgendwie hatte. Und das war schon sehr beeindruckend. Da lädt er dann, spielst du eine Runde, bist gut, spielst alle Leute an die Wand, lämst das Ganze auf, schön am besten noch damals in 1440p, 4K, was auch immer so, lädt den Kram halt hoch, einmal kurz gerendert und Intro davor und dann gib ihm. Und andere Leute, also ich meine jetzt nicht mich, laden irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag drei, vier, fünf Gaming-Videos hoch und kommen nicht mal ansatzweise auf die Klicks von diesem einen Video, ja. Das ist schon heftig. Tja, das ist halt immer das, was die Menge gerade sehen möchte. Ich habe zum Beispiel bei mir aktuell auch das Phänomen, Simracing interessiert jetzt gerade momentan nicht mehr so viele Leute, aber es hat sich nichts geändert. Also es ist unterhaltsamer geworden, es ist besser geworden, aber es gucken weniger Menschen, weil andere Sachen wieder da sind. also es geht immer, es geht eh immer umher, wer was mag so. Jetzt gerade TikTok ist gerade der Shit so, Leute machen TikToks, Reels und weiß der Geier und nächsten Monat kommt die nächste Plattform in der Ecke. Das ist ja eh immer ein Wandel der Zeit, könnte man sagen, bei Games und Content ja auch. Das war bei mir bei dem Release von New World so. Also direkt zum Release, die ersten ein, zwei Wochen hat man echt gemerkt, das gucken auch weniger Leute bei den Streams rein. Und jetzt ist das wieder so zurückgeschwappt, das ist so, ja, das New World Interesse scheint nicht mehr so da zu sein. Vielleicht lag es auch an was anderem. Und jetzt geht das wieder so mal ein bisschen höher, mal nicht so hoch, aber auf jeden Fall merkbar. Ja, mach du. Nee, es war in der ersten Woche echt wirklich spürbar. Tod. Einfach dead. Also wirklich, alles, was nicht New World war, war dead. Gefühlt. Außer du heißt jetzt natürlich irgendwie Admiral Barrow und hast sonst irgendwie 10.000 Zuschauer oder 15.000, 20.000. So, denn natürlich, aber also New World hat gefühlt dreiviertel Twitch hat New New World gespielt. Ja. Und Zuschauer auch. Ich hab eine Promo für New World gespielt. Kam über das Bounty Board von YouTube. Äh, von YouTube sag ich schon. Von Twitch. Von Twitch, ja. Ja. Ich finde, das ist echt ein sehr interessantes Spiel, wenn man auf diese Art von grindigen Games halt irgendwie geht. aber ich könnte niemals das mit einem anderen Spiel vergleichen, weil ich in dem Genre einfach keine Spiele kenne. Weil ich keine Spiele in dem Bereich großartig gezockt hab, ne? Außer vielleicht mal vor 10, 20 Jahren oder so, ne? Wenn's da schon was Vergleichbares gab. Ich hab mich da dieses Mal echt bewusst rausgehalten aus dem Ding. Ich hab gesagt so, ey, okay, ja, macht alle so, habt Spaß dabei, aber, pff, ne. Ne, 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 ne. Was hab ich denn letztens hab ich geguckt und hab ge... Da hat irgendeiner zu mir gesagt, boah, Dizzy, du hattest auch mal mehr Spaß in Computerspielen. Was war denn das? Oh. Das hat mir letztens auch jemand mal gesagt, ähm, da hat sich einfach nur, ich hatte meinen Spaß in einem Game, aber ich hab halt angestrengt geschaut. Ich glaube, das war bei diesem Timberborn, bei diesem Biber-Aufbau-Strategiespiel. Und ich war halt komplett in meinem Tunnel und hab halt wenig geredet und sah halt vielleicht ein bisschen grumpy aus, aber, ja, ne, also da ist man dann, das ist auch so ein Ding. Das hätte ich mir früher wieder total zu Herzen genommen, also noch vor einigen Jahren und hätte gedacht so, ah ja, du musst auch immer so noch so noch so ein Happy Face aufsetzen, aber das bin ich dann halt in dem Moment auch nicht, ne. Wenn man mal so ein bisschen ruhiger ist und das gucken ja auch viele Menschen genau deshalb zu, weil man halt eben nicht so überdreht ist und sich nicht jedes Mal, wenn du stirbst, aufregst, dass der andere hackt, ne, dass du mal so ein etwas ruhiger Rat anlegst, das Feedback kriegt man ja immer mal wieder, ne. Ja, ist schon ganz gut so. Es, äh, ah, bei Battlefield war das, ja. Der hat mir, der hat, äh, was hat er gesagt? Ey, bei Toro gucken mehr Leute zu, weil Toro mag noch Computerspiele, nicht so wie bei dir, du magst ja keine Computerspiele. Und ich denk mir immer so, ah ja, weil bloß, wenn man mal sagt, dass man was nicht mag, äh, aus den und den und den Gründen mag man gar keine Computerspiele mehr. Ich weiß gar nicht, wer das war, das war super witzig, ich musste da richtig doll lachen, äh, zu dem Zeitpunkt. Aber ich hab mir, das in dem Moment, hab ich mir das noch eingeprägt, weil das war schon sehr funny. Das war bei Battlefield, glaube ich, ja. Bei Battlefield war halt einfach die Beta, ich sag's wie es ist, ein Haufen Scheiße. Die Beta war nix, fertig aus. Äh. Also im Prinzip können wir Battlefield nur nach dem beurteilen, was demnächst veröffentlicht wird. Der eine Leaker sagt, das Spiel ist fertig, es kommt jetzt im November, der nächste Leaker sagt, nee, nee, das wird verschoben, es kommt erst wahrscheinlich im März nächsten Jahres. Ja, wir werden sehen, wer recht hat, ne? Hm. Ich lese mir auch nicht mehr alles dazu durch, weil es mich nicht interessiert. Wenn das Game jetzt rauskommt, dann kommt es raus und ich werde es spielen. Und wenn es dann cool ist, dann spielen wir es auch wahrscheinlich öfter und weiter. Aber wenn es nicht cool ist, dann sag ich es, das und das gefällt mir nicht und dann spiel ich Tarkov. Dann spiel ich halt Tarkov weiter, genau. Wir haben jetzt drüber geredet. Wenn, 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 wenn Battlestate Games von Tarkov, also die Tarkov entwickelt haben, wenn, wenn es ein Spiel geben würde, was in diese Fußstapfen tritt, aber eben nicht diese technischen Probleme hat, und zwar jetzt nicht dieses The Psycho Frontier, ähm, das viel zu future-mäßig ist und es gibt keine Runden, die anfangen und enden, sondern es gibt nur eine Serverinstanz und du kannst jederzeit in diese Instanz reinjoinen und andere sind schon drin, und gehen auch raus. Ähm, hast du das mal angespielt? Ähm, kann man sich bei Steam drauf bewerben und bei der Beta mitmachen gerade, man kann es auch streamen. Hat ein ähnliches Spielprinzip wie Tarkov, ähm, du, du gehst rein, musst Zeug looten, es sind eine Menge NPC-Viecher auf dem Ding unterwegs, ähm, du kannst, ähm, Waffen looten, Attachments looten, aber das eher weniger, mehr so Ressourcen oder so ein Krimskrams, nimmst in deiner Heimatbasis die so ein bisschen an, jetzt nicht schlagen, aber es erinnert so ein bisschen an so eine Weltraumstation von einem Spiel, was sehr, sehr lange im Early Access ist, ähm, kannst du so verschiedene Aufträge annehmen, die du dann erledigen sollst, keine Ahnung, mach zwei, drei Viecher kaputt oder such mir diese Ressourcen halt so mit dabei und, äh, ja, du musst dann zu bestimmten Landingpads, äh, wieder gehen, um dich halt extracten zu lassen, das kann auch jeder selber machen, das gibt keine bestimmte Uhrzeit und offensichtlich wird, werden diese Landingpads oder diese, diese Abholzonen auch, äh, bekämpft, also ich bin in der Zeit, in der ich gespielt habe, bestimmt zwei- oder dreimal von Snipern direkt in dieser Ecke halt immer weggeholt worden und da denke ich mir so, naja, diese Probleme müsste das Spiel vielleicht nochmal lösen, so, und am Ende des Tages ist es halt so ein, so ein Looting-Game, aber es ist halt sehr Future, es ist sehr Alien-mäßig, es ist sehr, also manche fanden das Movement nicht so geil, dass es so ein bisschen hackelig ist, irgendwie, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, ähm, aber, also das ist für mich kein, kein Konkurrent zu Tarkov, für mich, ne, andere Leute spielen, haben da halt mega Spaß dran und das ist ja auch schön, so, aber wenn es ein Spiel gäbe, was, was Tarkov den Rang ablaufen würde in dem Bereich, Hardcore Survival Shooter mit, mit diesem, mit diesem dreckigen, schmutzigen, in Anführungszeichen, Realismus, ja, dann, äh, dann wären wahrscheinlich in kürzester Zeit viele Spieler von Battlestates Tarkov weg, einfach so. Das stimmt, ja. Also Tarkov hat auch eine sehr eingeschweißte Community. Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich glaube, das ist so die, die, die stärkste Community, die ich so bis jetzt kennengelernt habe, also auch auf Twitch. Ja, kann man so sagen, aber vielleicht kriegt man so diese anderen Bubbles einfach Mangelskontakt nicht so richtig mit. Ich meine, Sea of Thieves hat auch eine krasse Bubble oder die, die Leute, die halt gerne DayZ spielen und dann nicht nur auf irgendwelchen RP-Servern, sondern auch einfach, weil sie Bock haben, sich aus meiner Perspektive, na, eine Stunde lang in irgendeinen Busch zu legen, um zu warten, weil da einer herkommt, den man dann wegsnipen kann, so, weißt, das, da habe ich jetzt, ja, das ist, das ist nicht so mein Ding und das werden wahrscheinlich auch nicht viele Leute machen, aber nun, also es gibt bestimmt für alles eine große, krasse Community, ob das jetzt FIFA ist oder meinetwegen, guck mal hier, auch so Sachen wie Pokémon zum Beispiel, da kommen doch auch regelmäßig neue, große Dinge, die dann alle paar Jahre veröffentlicht werden und dann ist es wieder komplett im Hype und dann fällt dieser Hype wieder so ein bisschen zusammen und es wird trotzdem permanent halt von, von, von der Community halt irgendwie gespielt, aber eben nicht so extrem krass, aber wenn das wieder rauskommt, du weißt doch genau, wie das ist, ein großes Spiel kommt raus, entweder weil es vorher schon angehypt wurde oder weil es ein Franchise ist, das es schon seit Jahren oder Jahrzehnten gibt, dann, dann knallt das einmal auf Twitch, eine Woche lang spielen das alle oder zumindest 90 Prozent der eigenen Bubble, ja, so wie bei New World am Release-Tag. Ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, drei Leute in meiner Bubble gehabt, die nicht New World gespielt haben, ja, so ein, also so, so ein krasser Launch, wirklich. Ich, ich kann das auch gar nicht mehr mittlerweile, also, bei mir ist es mittlerweile so, ich habe dann schon gar keinen Bock mehr, das Game zu spielen. Also, wenn alle das zocken wollen, habe ich da schon gar keinen Bock mehr drauf. Ja, das kommt bei mir so ein bisschen drauf an. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass ich die Games sowieso nicht weiterspiele, dann tue ich auch gar nicht so, als ob, dann sage ich halt von vornherein, ihr wisst genau, das ist nicht mein Genre, wir gucken gerne mal rein, ne, schauen wir mal, was an diesem Hype so dran ist, oder was so Spaß macht, was keinen Spaß macht, ob die Performance gut ist, sowas in der Richtung. Und, bisher habe ich auch kein negatives Feedback dazu bekommen, so nach dem Motto, ja, machst du ja nur wegen der Kohle. Ja, klar, das ist eine Promo. Und in manche Spiele würde ich, ist halt so, in manche Spiele würde ich wahrscheinlich gar nicht reingucken, wenn es keine Promo wäre. Also, wir gucken schon in, in einige Games rein, aber auch nicht zwingend in alle nur, ich bin jetzt kein Spielredakteur, ich muss nicht in jedes Spiel reingucken, ne. Ja. Wenn ich im Vorfeld schon sehe, das ist überhaupt nicht meins, dann, dann mache ich das wahrscheinlich auch nicht. So, so die Ecke. Aber das ist dann auch wieder so ein, so ein, in Anführungszeichen, zweischneidiges Schwert, was, wie man sich da ausdrückt, und das wird auch gerne dann missverstanden. Jetzt ist lange Rede kurzer Sinn, ähm, New World fand ich grundsätzlich ganz cool, aber ich habe halt auch sofort gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ne, letztens haben wir noch so ein, so ein Teil gespielt, was so in die ähnlichen Fußstapfen trifft, Elyon, glaube ich, ne, auch so ein MMO-Style. Das hätte ich noch locker ein paar Stunden weiterspielen können, aber ich hatte wirklich Internetprobleme. Auf einmal so, am Ende der Promo, so nach zweieinhalb, nee, nach Ende der Promo, nicht nach zweieinhalb Stunden, die Promo ging zwei Stunden, ähm, hatte ich dann auf einmal so Packetloss und ich habe gesehen, irgendwie so, ne, Dropframes, 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 ich denke so, scheiße, du wolltest doch noch die Mission eben zu Ende spielen, das ist ja immer ein gutes Zeichen, weißt du, so für wen so, also das schaffe ich jetzt aber noch, mal gucken, was danach kommt, so, ne. Also für mich so vom Genre her, dass ich mal so auf so einem Game so Bock habe. Sag mal, äh, Jimmy, ich muss dich kurz mal mit dir durchschließen. Findest du den Namen Asylantenjagd auch sehr anstößig? Asylantenjagd hört sich schon sehr rechts an, ja. Ja, ne, finde ich auch. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil, äh, gut. Ich musste gerade nochmal in mich gehen, danke, dass du mir das nochmal, äh, danke. Vielleicht kommt er jetzt bei dir. Ich hasse übrigens, äh, das ist die erste, äh, Chatnachricht-Scheiße hier. Geht mir richtig auf den Sack, weil immer wenn, ich bin der erste Chatter, Ding da ist, steht so ne Scheiße da drin. Tolles Feature! Hatte ich letztens schon wieder, das erste Mal in deinem Chat, Nachricht wird vorgehoben, www.twitch.tv 720 NoScope Spinner Row. Und Tolltwitch, wirklich super geniale Features, Die sind Weltklasse, die braucht jeder Mensch, weil wir ja nicht schon die High-Funktion haben. Ne, wir müssen jetzt auch noch die erste Chat-Nachricht des Zuschauers. Die werden wir uns irgendwann alle einraben für unsere Kinder später, wisst ihr? Wisst ihr doch damals, als ich bei Dizzy-Rin bin, dit war meine erste Nachricht. Fuck you, scheiß Berliner, verpiss dich mal noch. Das ist, äh, schön. Toll. Also, Memories. Memories, Chat. Wie findest du denn die, äh, die neue Zurückspulen-Funktion? Äh, ja, hab ich schon gehört, aber wo geht das? Ähm, Twitch rollt das wohl gerade auf mehreren Kanälen aus. Äh, wenn du bei einem Stream über den Browser zuguckst, dann hast du neben dem Infofeld dann auch noch rechts daneben Springe zwei Minuten zurück. Und wenn du draufklickst, dann landest du quasi im VOD vor zwei Minuten und über dem Chat rechts ist noch die Live-Ansicht. Das heißt, du kannst immer noch sehen, was live passiert, aber du bist jetzt, bist dann im VOD. Und das ist eigentlich ganz cool gelöst, aber irgendwie finde ich es auch nicht so sexy von der Usability her, weißt du? Ja, äh, verstehe ich. Wäre schön, wenn wir denn die DMCA-Thematik endlich mal klären könnten, dass wir VODs auch wieder anmachen können. Ich hab meine VODs nie ausgeschaltet. Ja, ich schon. Ich hab meine VODs aus, ich hab Clips aus, ich hab alles, weil da immer noch nicht alles geklärt wurde. Das wird auch nicht geklärt, was willst du denn da erwarten? Ja, nein. Glaubst du Twitch kommt irgendwann, glaubst du Twitch kommt irgendwann her und sagt so, okay Leute, wir haben uns jetzt mit denen, 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 denen hier geeinigt und wir seid jetzt safe? Das wird doch nicht passieren. Naja, was heißt, wäre safe. Also ich meine, es wäre schon schön. Also bis dato läuft das bei mir so, dass ich das alles auf einem YouTube-Kanal hab, der mir sowieso ranzeegal ist. Wenn YouTube den dicht macht, macht sie den dicht so. Aber das mach ich doch nicht auf meinem Twitch-Kanal. Ich hab doch nicht komplett den Arsch offen. Und dieses Ganze, schon alleine, werden deine Worts reported von Menschen, die dich nicht mögen? Nee? Hatte ich zweimal, dann ist es nicht mehr passiert. Hab ich gar keinen Bock drauf, das würde mir ja nur auf den Sack gehen. Ja, klar, klar, klar. Aber dieses Reporten, hier wegen Verstoß gegen NetzDG, wegen Beleidigung oder sowas, im Grunde ist das scheißegal. Also, wenn du jetzt nicht wirklich gegen die NetzDG verstößt oder wirklich Leute beleidigst und sie dann einen Grund hätten, gegen dich vorzugehen oder sowas, wenn du das nicht machst und das einfach nur solche Troll-Dinger sind, das bedeutet einfach nichts. Ja, das ist ein Automatismus, dass das Wort dann halt quasi gesperrt wird, sozusagen, und der Troll denkt sich so, haha, Sieg, ich habe gewonnen. Und du denkst dir so, ja, kann man sich das Wort halt nicht angucken, ne? Egal. Aber du kriegst keinen, du kriegst, du kriegst, es nicht angezählt, du kriegst keinen, du kriegst keinen Vermerk, du kriegst kein Sternchen oder sowas, gar nichts. Ja, aber schon allein, das ist doch so, was zum Fick soll das? Es muss reagiert werden, weißt du? Dann sagt die übergeordnete Stelle, hey, ihr müsst reagieren, ihr müsst was tun. Das ist die Antwort dazu, okay. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, Jimpanzel ist ein Hodenklon, dann könnte einer deiner Zuschauer zu mir kommen und anzählen, dass ich Hodenklon gesagt habe und dann wird das rausgenommen. Und dann kann niemand mehr diesen Watt sehen. Soweit ich das verstanden habe, schon. Tolles Feature. Aber du kannst auch einfach irgendwen wegen irgendwas reporten. Also die ersten Streamer, die das gepostet haben auf Twitter, wir kennen unsere Bubble ja, hat sich immer so riesen Gedanken darüber gemacht, so, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Aber dabei hat einfach nur irgendjemand irgendwas angeklickt, was man reporten kann und das war dann das Ergebnis dazu. Ja, und dann kann niemand, genau, mein Chat sagt gerade, dann kann niemand aus Deutschland dieses VOD gucken, weil hier muss es ja dann, also theoretisch könnte man dann noch mit einem VPN oder mit einem ausländischen Proxy dann halt doch wieder darauf zugreifen, bla bla bla. Also warum soll ich Wots anmachen? Also DMCA? Erlangt niemand? Nee, nee, aber jetzt mal so als logische, ne, also ich hätte, ganz ehrlich, ich würde das auch gerne nutzen. Ich würde auch gerne mal Clips machen können wieder, um daraus Highlights zu schneiden. das wäre echt schön, aber mit dem Scheiß? Also da steht halt, was? Ich verstehe das Problem, ja. Das ist halt mein Einkommen so, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich darauf nicht angewiesen wäre. Wenn ich darauf nicht angewiesen wäre, wäre mir das auch egal irgendwie, aber, nee. Ach, die Intis ist einfach, die schaffen sich halt selber ab irgendwie. also die ganzen tollen Features und das ist halt wie bei Tarkov, ist halt ein anderes Department. Aber grundlegend ihre eigene Webseite fixen, irgendwie, das schaffen sie nicht. Aber tolle Rundmails schreiben, was es für tolle, schöne Sachen gibt und dass wir doch bitte Tickets kaufen sollen für die Twitch-Con in Amsterdam 2022. Und schaut doch schon nach Hotels. Ich finde es wirklich schade, je älter ich werde, desto schlechter entwickelt sich die Homepage, habe ich das Gefühl. Und nee, ich finde nicht alles kacke. Das stimmt nicht. Hättest du denn Bock auf die Twitch-Con in Amsterdam? Ja, ich werde bestimmt da hingehen, na klar. Na, weil Amsterdam halt einfach schön ist. Aber ich würde mich auch echt mal freuen, wenn die so ein bisschen die Kurve wieder kriegen würden. So, das wäre wirklich, wäre wirklich schön. Also wirklich schön. Wenn sie endlich mal die DMCA-Scheiße fixen könnten, dass man deren Homepage halt auch einfach mal so nutzen kann, wie man sie nutzen sollte. Mit allen ihren Features. Also ich glaube, das ist die DMCA-Theme, das wird nie so richtig gelöst werden. Weil man einfach nie, nicht alles unter einen Hut kriegen wird in Zukunft. YouTube hat es doch auch geschafft. Bei YouTube kriegst du eine Ansage, mag ja entweder schneidest du die Scheiße aus dem Wort raus, oder du kriegst einen auf den Deckel. Dann kannst du... Du hast aber auch ein VOD-lastiges Ding und Twitch ist halt live. Ja, natürlich, na klar, aber darum geht es ja gerade, dass du das auch in den VOD-Scheinen wie ich es machen kann. Und das ist doch... Ich finde das echt schade, bin ich ganz ehrlich. Weil du kannst keine Clips mehr machen. Dich kann ja jeder Furz wegen jedem Bullshit ankreiden. So, und willst du denen noch Treibstoff geben, indem du denen dann Clips gibst? Dann hast du wirklich mal einen dabei, wo du sagst, du bist ein hohen Klon, der hat einen schlechten Tag und dann hast du richtig den Hut auf. So, das machst du dann dreimal. Dann hast du drei Strikes. Tschüss. Wenn du nicht unbedingt Papa Platter heißt und genug Knete bringst, dass du nicht endgültig gemannt wirst, so als kleiner Willi, wirst du halt komplett dann entfernt. Das ist halt echt schade. Ja, da ist was dran. Ja. Da ist was dran. Das war jetzt übrigens kein Hardware-Talk, sorry. Aber es ist, also schön, also wirklich jetzt, schön, dass es die Rückspulfunktion gibt. Finde ich, finde ich es ein gutes Feature, um auch dazu was zu sagen. Ich kann es wie gesagt leider nicht nutzen, aber es ist schön, dass es da ist. Aber ich glaube, dass es lang ersehnt ist, ein sehr lang ersehntes Feature von der Zuschauerschaft. Ja, ich glaube, dass das Rückspulfeature kommt, kommt nicht userbezogen, sondern es kommt channelbezogen. Also die Zahl der Channel, auf denen das funktioniert, steigt jetzt nach und nach, bis es irgendwann 100 Prozent haben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Testfeature war oder ob das jetzt schon permanent ausgerollt wurde. Das habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Ich muss auch sagen, diese Update-Mails von Twitch, die lese ich mir gar nicht durch. Das mache ich schon seit Ewigkeiten. Wenn etwas Relevantes ist, dann wird einen schon jemand darauf hinweisen. Und wenn es etwas Wichtiges ist, liest man das meistens von dem Strohhutmenschen schon bevor das Twitch irgendwie jemandem sagt. Ja. Ich warte auch, bis der Strohhutmensch bei Twitch arbeitet. Meinst du, das passiert? Also ich möchte, also ich weiß ja nicht, aber wir haben da ja einen anderen Mitarbeiter bei Twitch, der hat das ja früher sehr ähnlich gemacht. Ja. Wer ist jetzt da angestellt bei Twitch? Ich warte eigentlich nur darauf, dass der Strohhutmensch da angestellt ist. Ist der Mensch, über den du gerade gesprochen hast, jemand, der also, der hat auch so einen militärischen Rang und hat früher mal so eine Webseite betrieben? Oder ist das genau andersrum? Der war vorher bei Twitch, aber jetzt nicht mehr. Ne, den meine ich nicht. Ah gut, gut. Ich meine jetzt schon einen Angestellten, der bei Twitch jetzt arbeitet aktuell. Der hat früher auch immer sehr viel für die Community gemacht und hat Wissen und so verbreitet. Also wir wollen ja hier keine Namen droppen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass es mal passiert. Ich glaube, wir sind für heute durch, würde ich sagen. Wir sind schon wieder, wir haben die zwei Stunden Schallgrenze wieder überschritten. Ja. Mal wieder. Und ja. Ich habe im Discord bei mir übrigens Themenvorschläge. Ich würde dir jetzt mal, der gute Escape hat da mal ein bisschen was zusammengeschrieben und ich würde dir das einfach jetzt kurz mal im Discord noch rüberkommen lassen. Also kannst du dir einfach durchlesen. Vielleicht finden wir ja was. Ach du Scheiße. Das ist ja Wall of Text. Ach, hör auf, Junge. Sind das alle Sachen, also sind das abendfüllende Sachen per se oder sind das auch Kleinigkeiten? Das sind Vorschläge. Feedback. Ein Wunsch. Genau. So. Ja, ich sehe da ein paar Sachen, über die ich ein bisschen erzählen könnte. Ja, das stimmt schon. Die meisten Sachen, ja, nicht so, aber vieles. Danke an der Stelle übrigens, Gabe. Also bei mir im Discord gibt es ein Channel dazu, wenn ihr Themenvorschläge habt oder euch was wünscht, weil ich glaube, für uns ist es auch mittlerweile, nee, nicht mittlerweile, aber es ist schon schwierig, weil wir, glaube ich, auch nicht mehr wissen, was wir euch alles erzählt haben. Ich sage es ja immer noch so, wie es ist. Wir führen einfach die Hardware-Reaction-Kategorie ein. Aber dafür müssten wir uns, Alex, einfach mal einen Nachmittag kurz hinsetzen und darüber kurz quatschen. Das ausprobieren. Genau, und wir müssen das mal ausprobieren, wie das funktionieren. Das sollten wir auf jeden Fall machen, ja. Da bin ich dabei. Weil das würde ich richtig fühlen, weil dann sind wir ein bisschen aktueller auch so, was Hardware angeht, drinnen. Weil, ähm, dann können wir uns halt auch mal so ein Leines-Tag-Tips-Video dort angucken und auch mal so richtig abgefahrene, kranke Scheiße von einem Petabyte zum Beispiel. Möchtest du schließen oder soll ich schließen? Ich weiß ja, dass egal, was ich sage, dass von dir noch so das Alte Testament vorgetragen wird. Deshalb sage ich an der Stelle einfach, es war mir wieder ein Fest. Ich habe eine Menge Spaß gehabt. Ich freue mich jetzt gleich noch auf einen Snack zu essen, bevor es ins Bett geht. Und, ähm, ich freue mich schon auf die nächste Woche. Wir haben ja ein paar Themenvorschläge bekommen. Vielen Dank auch von meiner Seite aus dazu. Und, ähm, ja, ihr könnt auch diese Folge wieder auf einer Podcast-Ecke eurer Wahl oder bei Dizzy oder bei uns beiden in den VODs nochmal nachhören, nachgucken, nachschauen. In deinem VODs bei mir bei YouTube. Ja, genau, ja. Und, äh, richtig, so, so, so wird ein Schuh raus. Und, äh, ich sage einfach mal, wir sehen uns nächste Woche am Mittwochabend um 19 Uhr, nicht, äh, um 18 Uhr nämlich wir direkt wieder. Boah, wie komme ich denn jetzt auf 19 Uhr? Weiß ich in wem. Und, ähm, es war mir wie ein inneres Blumenpflücken. Reingehauen. Tschüss, auf Wiedersehen. Und, ähm, they are all yours. Wie du mich halt voll reingeknallt hast. Ich sage einfach Tschüss. Alex hat alles gesagt. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, vielen Dank für die, äh, Chat-Korrespondenz und, äh, Einwürfe zwischendurch. Und, äh, ich wünsche euch allen einen, äh, wunderschönen Abend. Haut da rein. Bis dann. Pistazia. Tschüss aus. Die Maus, äh, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020